Der Film von Sky-Go Der Film von Sky-Go Der Film von Sky-Go Der Film von Sky-Go Ich will bestellen, wann du die gucken willst Oder halt Du kannst also So ähnlich wie T-Online Entertainment So ähnlich Nee Doch doch Kommt mal an wie neu der Film ist Sky-Select kostet immer Echt immer? Ich meine Es werden auch Filme so übertragen Die sind ja dann in dem Entertainment-Paket Okay, gut Ja, Selects sind Dann nur die ganz neuen Filme Die halt Zwei Wochen vor DVD-Reduce Die kannst du bei Select dann bestellen Ah ja Deshalb hab ich mir gesagt, Amazon Prime reicht mir Zum Filme gucken Weil Sport ist ja nur Also Fußball ist ja nur eh nicht bei mir so Dass ich jetzt Die Bundesliga oder so brauche Es gibt halt keinen guten Ostverein Was sagst du? Ich hab gesagt, dass es keinen guten Ostverein gibt Weshalb man immer aus dem Fußball kommen könnte Ja Ja Die Zeiten von Karl Marx statt TSV sind vorbei CFC ist doch gar nicht so schlecht, oder? Doch Vierte, Fünfte Sieger Quatsch, sind die nicht Fast Dritte? Sind die Vierte oder Dritte? Keine Ahnung Also Cottbus ist ja noch frisch Das ist wesentlich, aber Dritte hab ich letztens gesehen Was hast du gesehen? Dritte hab ich letztens gesehen Die Tabelle Da war Das hätte ich mir gemerkt Eine Drohne hab ich Ich glaub der Beste Leipzig ist jetzt der Erste Liga Berlin Und das war's dann Kommt hier nichts Ich glaub Berlin ist ja West Ja Okay, aber Wenn wir jetzt Und der Weste Und jemanden Ja, dann kommt noch Union in der Zweiten Ich glaube Rostock ist jetzt in die Dritte aufgestiegen, ne? Hier geht Fens auf Ja Die kommt vom Weihnachtsmarkt Ja, die kommt vom Weihnachtsmarkt Also gibt's schon, aber das sind unterschiedliche Vereine Musst du auch in Berlin gucken, wo sie da sind Musst du auch in Berlin gucken, wo sie da sind Also ich hab noch keinen Außen rumlaufen sehen Ich hab ganz Die schießen hier aber rein bei mir Ja, das seh ich von Von der anderen Außenkamera aber nicht Ich glaub die aber Ich seh es ja auch hier in der Kamera Ja, das ist ja auch hier in der Kamera Ja, das ist ja auch hier in der Kamera Einer könnte Einer hat jetzt die andere Außenkamera kaputt gemacht Das heißt die könnten jetzt Wie heißt der Raum Die könnten Die Bäckerei Die Bäckerei könnten nie rauskommen Reinkommen, meine ich Ja, da hat Ja, da ist jetzt einer rein Zumindest die Tür hat der aufgemacht Die Drohnen jetzt? Irgendwann geht der auch hier, Franzi, bei mir Ja Schön Stefan Schön Stefan Äh Der hier hier vorne bei mir hier oben Ah shit Okay Stefan, machst du Ja Ja, da war noch Twitch Ich wollt grad nachladen, dann ist die da aufgetaucht Okay, oh ja ja, war richtig Ich hab den anderen halt zugemacht Ah shit Bei mir hier sind Explosionen Der Kühlraum ist die Kamera kaputt Ach die scheiß Schottie ist so stark von dem Ja, diese Puls Schottie da ist ja dieselbe Weil die halt so schnell, so schnell schießt einfach Ja, ähm Aus der Bäckerei kommt jetzt einer In dem Raum wo ich war Ja, wo jetzt ist Ja Die Strohmannsau Äh, Ludolf Ähm Wenn wir heute Rang zocken Kann jemand die andere Doppeltür sehen? Ach so, warte Okay Sag mir bitte, wenn da was reinkommt Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Ey, Kühlraum, Kühlraum 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 bleibt da Kühlraum ist da Geht immer noch an der Stelle Ist immer noch aktuell, ja Ja, down, down, liegt down Ja, down, down, liegt down Er kriegt weg Weiß jemand wo Thermite ist? Ja, ich weiß wo Thermite ist Der liegt down Direkt um die Ecke Wie war Wie war Wie war Oh gut, wie war Uuuuuh Oh, scheiße Ah Ich brauch noch ein bisschen ein Ein-Ein-Aiming Scholfflinte, ey Die ist auch krass, ey Oh, die Distanz Oh eklig Hab ich ja grad krass Ja Habt ihr alle Habt ihr alle euren, euren, euren Sound mit angemacht, ja Ne, ich hab grad in der Runde erstmal Musik ausgemacht Stört das ein bisschen, wenn ich Musik höre? Nö Nö Lukas Übrigens, Franzl, äh Bo 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 Ich glaub beim letzten Stream, da warst du bei mir Ja, da hab ich es Irgendwann zum Schluss, hab ich irgendwann gecheckt, so Oh, dein Audio ist dran Ab und ham, äh, haben die alle die, 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 äh, Audio eingestellt Ja, hab ich Ja, hab ich halt eine Frage Ok, gut Ja, aber wenn du selber streamst, kriegst du die Nachricht gar nicht mehr Glaub ich Ja, das stimmt Ja, ich glaub die sind auch Küche Ja, sind auch Küche Ja, müssen wir halt, äh, demnächst halt immer versuchen dran zu denken Stellst du deine da ab, Pasi? Ja, ich bleib in dem Gang hier Lass mal gucken, wo ich die Hinterstellerin bleib hier Ja, ich Ich stell mal den in den anderen Flür Also jetzt, äh, doppel Ja, gleich mal gucken, ob wir Offensive rauspicken können Ja, einer rand weg Ah, der sieht mich, fuck Also Valkyrie war auf jeden Fall in der Bäckerei gerade Hier ist wieder ne Küche, Valkyrie Ok, er hat die Tür aufgemacht, äh, Lukas die Dome aufschießt, die Seite Die Garage Die hat Puls aufgeschlossen Ah, ok Gut, dass wir da nicht gesponnt sind Habe ich schon gesehen gerade Aber der könnte natürlich dementsprechend trotzdem umlaufen Also Der Raum, wo du drin bist, Stefan, der ist clean Also Valkyrie ist, ähm Die Tür ist, die Küche ist auch zu Ich hab da hingestellt zu nehmen Also Valkyrie könnte da, dorthin laufen Ähm Einer geht jetzt hier in die Bäckerei, äh, Frost Frost Oder ist die rein? Ne, ne, ja doch, die legt da ne Falle hin in die Tür In die Doppeltür Die ist da jetzt an der Treppe Ich hab hier das Fenster im Blick, äh, die Umlaufposition vom Fenster Ja, ob es auch so gut entdeckt Alles aber Hä, sie hieß nur noch irgendwo die Kamera Die Kamera? Jaa, da hinten Hab die Irgendwer hat auf mich geschossen, aufpassen Ja, bestimmt aus der Garage raus, hier Ja, und oben auf der Treppe ist auch einer Ja, lock ihn mal raus ein Stück Valkyrie, Valkyrie, kommt Achso, da ist hier einer, wow Ja Alter Die wollte nicht sterben Oben auf der Treppe war auch noch einer Warte, ich komm mal hier zu einer Seite Naja Ey Tommy, geh du weg, geh du weg Hilf du lieber, dass wir da was aufkriegen Jo Also wie gesagt, ähm Frost sitzt immer noch bei der Treppe Jetzt kommt die vor Jetzt ist die Pflanze, die ist drin, die ist drin, die ist drin, die ist drin Die ist jetzt hinter der Theke Ah shit Frost kommt jetzt von hinten, Frost kommt jetzt von hinten Haha, du Nutze Mit Twitch Drohne geholt von und dann verlässt er das Spiel, ich find das schön Okay, ich hab die beiden Umlauftypen Äh, zwei da, wo ich aufgespringt hab Eine geradeaus Okay, Mute kommt jetzt Bei dem Raum Sind die alle dräht da drin, ja? What? Okay Zwei Stück sind da Stefan, die sind gerade auf meiner Seite gewesen Gut, dass, dass jetzt das Loch denn hast, weil dann kann ich jetzt noch durch die Doppeltür Sind wir da nach rechts, äh Stefan Stefan Stefan, dreh dich auch mal mit der Drohne, ne Ich... Ich... Ich, äh... Ich... warte... ich stelle mal kurz ne Drohne, dass uns niemand umläuft Stefan Da ist doch ein... 2 Stößer, da sind da Ach so, kann einer hier in meine Drohne gehen? Ja, ich guck die... ich bin schon drin Ich bleib in der Doppelkamera, äh, keine Piste zu der Theke, der andere gleich recht. Sauber. Jetzt hab ich voll'n Blick. Okay. Bin drin. Hab einen. Noch am Laufen zu keiner. Schnapp die Geisel! Jawoll! Sauber Stefan. War gut, war gut. Den ersten hab ich schön holen können, dank dir. Dass ich nur auf dich konzentriert, der Idiot. Hihihi. Ja, das Ding ist, Montage darf man einfach nicht zu viel Beachtung schenken, wenn der das Schild ausgefahren hat. Ja. Das stimmt. In der C4 hast du was auf den ansonsten nicht. Ähm, wie machen wir das eigentlich mal, wenn wir anspielen würden? Ähm, soll ich denn Mutes spielen? Ja, wenn du willst. Ähm, Tomi oder Stefanie nicht spielen? Ja, ich mag Mutes. Ist nicht so meins. Ja, dann spiel ich den. Also hier mit, mit diesem Bandit und Mute da mit dem Zeug da legen? Ich weiß auch nicht. Nicht meins. Ja, mich juckt das ja meistens nicht, äh. Also ich leg die ja nicht, äh, um die Drohnen zu holen, sondern mach alles dicht und dann hau ich ja nach vorne ab, offensichtlich. Ja. Aber jetzt wie zum Beispiel wie Lukas, der dann immer noch hört, ob dann einer kommt und... Macht die Fallschule hier nicht zu. Am besten. Doch, würde ich machen, das ist so gut, oder? Ja, hier steht eigentlich eh keiner im Raum, oder? Äh, falls jemand drin bleibt und das heiß fern könnte um zum Laufen oder sowas. Kann man dies prima nutzen. Ja. Da wird alles voll gemutet. So. Tschüssi. 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 Ich bin hier bei der Position einfach auch mal ein bisschen Freestyle. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geh in die Ecke. Ah, eine Drohne hab ich. Die hat mich entdeckt. Irgendwo ging grad ein Pass-Off. War das einer von euch? Das war ich, das war ich. Äh, die kommt vom Vordach, kommt was. Äh, der geht jetzt ins Treppenhaus. Passt sie, aber nicht da wo ich... Doch, da wo ich liege in dem Treppenhaus. Äh, oder geht der aufs Dach? Ich glaub der ist doch aufs Dach gegangen. Äh, jetzt ist die... Beide Außenkameras sind down. Ne, Vordach, äh, bei Lesezimmer meinte ich. Ah, okay. Also ich bin überall... Ich war grad in dem Treppenhaus wo Viva war. Ja, ich glaub der ist doch aufs Dach gegangen. Was, nicht Kontakt zum Geisel? Ja. Oh, da müssen wir mal... Oben Dach. Ja, Dach. Achso, oben Dach. Die drohen. Ja, hab Störsender bekommen. Freut auf dem Dach. Ja, die dürfen sich eigentlich nur nicht abseilen, weil die Treppen... Die Treppen haben wir. Aber... Ja, die kommen ja auch gar nicht runter ohne die Treppen zu gehen. Also... Okay, die kommen jetzt... Da. Aus dem Flör. Okay, ich bin hinter dir. Ich guck mal ob ich... Da hinten... Umlaufen kann. Na, warte. Die Feiert... Ja, die Feiertür ist offen. Mir geht was aufs Treppenhaus. Hast du die Feiertür hier gesprengt, Franzl? Ab ihn. Der war. Über dir, Franzl. Ja. Das ist gerade mit mir. Ab ihn. Auch bei dir, Franzl. Oben aufm Dach hab ich. Was der da war? Bei mir. Ja, Sledge war das. Na gut, ist aber. So. Ich geh mal zurück. Weil... Dürfen sie jetzt nur nicht ab sein, dann haben wir das Ding geholt. Ey, es sei voll gut. Wir müssen nur die beiden Treppen und in den großen Raum einfach einen hinschillen. So geil eigentlich. Ja. Keine Treppe im Blick. Ja, ich hab das große Fenster, das Dachfenster von oben. Aber ich kann auch schnell Husch sein eigentlich, ne? Ja, ist egal. Oh. Ja. Der ist, äh, bei dir Stefan. Bei dem Fenster. Bei dir. Bei dem Fenster. Bei dir. Der hängt an. Den. Ja. Stefan, Deckung. Komme. Hä? Jetzt der bei Franzl. Anscheinlich. Ne, ne, das andere hier. Bei der Kamera. Ja, der hängt noch immer da. Bei Stefan. Ne, bei Franzl war das. Ne, ne, das war schon von da. Das war schon von da. Ja, der hat durch die ganze Zigarren-Lounge da durchgewonert. Der kommt ja rein, glaub ich so. Könnte sein, dass der rein springt. Ja. Ne, läuft über Dach, oder? Ja, der will die sterben. Der will die sterben. Leider keine Zeit mehr. Ist ja gut. Weil der hat mich echt durch die ganze Zigarren-Lounge da irgendwie durchgeschossen. Wollt's doch kaum leben. Das ist noch dabei. Das ist noch dabei. Ne, der bei einer Artage. Geschicht ist sauber. Äh, das ist alles sauber. Ich fahr ganz hoch, wo wir grad waren. Ja, ganz oben. Gut. Ja, ganz oben, ja. Äh, Puls haben sie auf jeden Fall. Ja, äh, ganz oben, ne. Haben wir ne Ash? Ne, wir haben keine Bitch. Einer ist AFK. Der steht auch verfeilt hier. Ja. Okay, der letzte ist Puls, ne. Mhm. Einer macht Fenster auf. Der Recruit. Aufpassen, der hat irgendwo Fenster aufgemacht. Ah, der hat rausgesprungen. Raus, rausgesprungen. Der hat raus hin. Können wir uns fisten? Ah, klar. Also mit meinem Aiming schafft ihr das wahrscheinlich sogar auch noch. Also ne Assi hab ich schon. Kassiert. Ah, ich hab den auch einmal getroffen. Ja. Oh, jetzt war ich grad über dem, ne. Ihr Lachse. Ja. War ich wohl schneller. Was ist denn für ein starker Auftritt von dem? Was ist denn gebraucht, Spiderman? Hat der starke 20 Punkte gehört, der Typ. Respekt. Hier ging noch ein Fenster auf. Das ist Franzl. Was ist die Waffe scheiße, Alter. Ey, mit der hab ich bei rangezockt, ja. Ist ja mega kacke. Komm einfach rein. Schnappen wir uns den Snack. Ja. Erstmal ne Weste nehmen. Pass auf, dass du die Geisel jetzt nicht tötest, ne. Na gut. Ich werd den Messern. Ja, solid gedreht, ne. Dachte ich schon irgendwie. Also ich glaub, der war ein bisschen überfordert, ne. Ja. Vier Leute vor der Tür. Ah, schnapp. Ah, schnapp. Wir sollen nicht anzielen. Ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Ich glaub ich, ich glaub wenn ich da was dran möchte, dich hat einfach durchgehölzt. Oh krrrrrrrr. Ja, wenn du da bist. Ja, eigentlich hast du nur, also da, in der Situation hat sich nur ne Chance, dass die Geisel töten im Feuergefecht. Also wie in dem Fall. Aber da darf man sich auch eigentlich nicht hinlegen, sondern man muss sich dahinter stellen. Vorher. Weil sonst sieht man halt. Und vorher auch klären. Weil sonst tragen die Füße halt so vorher. Ja. Ja, deswegen hab ich mir ja Zeit gelassen bei 10. Da hab der Stefan da einfach draufgedonnert. Aber mir auch egal ob Viva da nen Weg rennt oder nicht. Ich wollt den Messern. Mir ist egal, wenn die Geiselin den Weg rennt. Hauser, ich bekomm den. Als ob ich dich, als ob ich dich hier nen Gegner messern lasse. Nach der Aktion auf Grenze. Ach, weißt du? Ist schon tausend Jahre her, aber ich weiß es immer noch. Woher soll ich denn wissen, dass du da so ne Ego-Tour abziehen willst? Oh, was soll ich denn wissen, dass du den Messern wolltest? Ja, gut. Gutes Argument. In der Ego-Tour. Ja. So, jetzt mal Ranglike spielen. Ja, zum Anfang nehm ich mal wieder erst mal Montage mal. Ah, den Hoverbatter find ich eigentlich mit Montage ganz geil. Weil du kannst ja mal reinlurchen. Und dann gucken, da ist einer, okay. Ja, eigentlich haben wir ja alles so im Team, was wir brauchen, oder? Ja, und Verteidigung halt. Ja. Ja. Haben wir auch eigentlich. Auch. Eigentlich müssten wir heute noch ein bisschen eskalieren mit Rang. Die nächsten Tage wird schwierig zu zocken. Ja, die nächsten Tage wird schwierig zu zocken. Und nächste Woche wird es schwierig. Ja, das ist schwierig. Viel Saufen, viel Fußball. Müssen wir uns da neue Termine ausdenken oder was? Ja. Ja, also Donnerstag wird nämlich auf jeden Fall, also nächste Woche Donnerstag spielt nämlich schon mal Deutschland, da kann ich auf jeden Fall nicht. Aber ich hab Nachtschicht, das wär jetzt nicht so... Der Keller ist übrigens... Vielleicht gibt es irgendwann Abend, wo Gruppen, wo die Scheife-Spiele sind, aber eigentlich ist es trotzdem, oh ganz oben, trotzdem ganz interessant eigentlich. Wir sind übrigens ganz oben. Wir sind übrigens jetzt hier, sehen wie es, wie es geht. Ach, er wird Spengegeisel. Und hier hier. Und Lugas, ziehst du hier durch, alles zu gucken? Ah, schauen wie ich's schaffe. Bei der WM fehlten mir, glaube ich... Also abgesehen von den Spielen, die zeitgleich waren, fehlten mir, glaube ich, nur ein, zwei Spiele. Wie, hast du keine zwei Fernseher da stehen? Ja, ich hatte das teilweise mit dem Livestream, da ist übrigens ein Fenster offen bei denen. Ja. Ich hab den einen auch einmal angefrackt. Ich hab schon angeschossen, hat verkackt, hier zuzumachen. Der stand... Ich glaube, ich hatte den da eben nochmal ganz direkt davor gesehen. Könnte sein, dass der da liegt sogar. Tommy, kommst du mit zu mir? Ich will hier aufmachen, ne? Stefan. Ja, das war der. Aber er wurde entdeckt, das heißt, der ist irgendwo in der Kamera noch. Ja, die Außenkamera. Ich hab hier oben mal den Hut durchgeholt. Ich hab ein schwarzes Auge. Machst du hier auf. Wurde immer noch entdeckt. Hier ist auch ein schwarzes Auge, Mann. Ah, da. Ach, das Ding hat ja auch gemacht. Eine Außenkamera. Hinter dem Schild? Okay. Eine Außentreppe, glaube ich. Ja, Außentreppe. Hab ich. Ah, fehlst du was? Ja. Ja. Ja, geh ich mal rein. Ist das ja hinter dem Schild gewesen? Ja. Nice. LOL! Ich hab mich auch... Ich bin auf ihn draufgesprungen. Hier hast du das gerade gemacht. Ich bin am Guck. Das ist wieder perfekte Szene. Hä? Was? Warum das denn? Du bist einfach gegen ihn gesprungen. Ich wollte den gerade schießen. Dann bist du genau vor dem reingeballert. Ja. Wir merken, auf Heart of Bars mache ich die besten Clips für das Monatsvideo. Ja, und dann genau bei deinen Szenen ist dann BadQuali, ne? Ja. Ach, gut los. Aber nur bei deinen ist BadQuali. Nein, das war Lukas seine Aufzeichnung, wo die BadQuali war. Ja. Genau in der... Genau in der... Genau in der... Genau in der... Genau in der Szene von Stefan. Das war... Das war... Ja, BadQualitäten. Macht einer Falltür? Ja, Franzi macht einer Falltür, ne? Ja, Franzi macht einer Falltür, ne? Ja, Franzi macht einer Falltür, ne? Franzi ist Falltür, man! Aber aus... Welche Verschwungst du denn hier? Äh... Keine Ahnung. Weiß noch nicht. Ich liebe übrigens die Typen, die direkt am Anfang die Westen liegen. Hab eine. Hab eine. Rarsch mich nicht, du scheiß Drohnen-Typ. Hab ihn. Hab auch eine. Hab hier nur ein Magazin verballert. Ich hab noch eine Wand. Alter. So. Ja, mach hier noch... Ja, das haben wir, glaub ich schade. Äh, die Falltür, glaub ich. Kann man auch nicht legen, ha... Ah, gut. Unten. Das heißt, wir nach unten brauchen wir nicht unbedingt. Weil die könnten ruhig kaputt schießen, die... Wenn die die kaputt schießen, stirbt die Geise, glaub ich. Ja. Bin mir aber nicht... Nicht sicher. Ich geh in die... In die Garage erst mal. Ihr müsst doch mal die Türen zu machen, wenn ihr geht, ne? Ui. Oh, die haben hier schon aufgemacht. Äh, Bereich Sichern-Raum. Mhm. Alles ein bisschen lang drin gewesen. Aber... Aber, äh... So spielen wir nicht bei Rang, ne? Alle offensiv? Ne, ne, aber das sind ja auch grad Räume, die wir eigentlich nicht verteilen. Oh, aufwärmen runter, nennt man das. Ja, mit... Oven kommt, Turmite. Von Oven. Oh, scheiße, der hat mich. Fuck, ne, weil ich einfach... Die Kam... Mit der... Mit der einen Kamera da vercheckt hatte, ne? Voll kacke. Mein Turmite oben... Vielleicht auch an der Falltür, oder? Ja, der... Noch nicht. Aber der geht nicht so fast. Ach, scheiße. Ja, der ist jetzt da. Ja, der ist jetzt da. Sind schon zwei. Sind schon zwei drinnen. AQ und ich komme... Oh, das... Oh, das ist... Glaub ich noch... Glass ist das, glaub ich, der da noch. Oder Fuse. Der von Russe. Also einer in der Garage mit Turmite. Vielleicht sichern rum. Turmite hat sich jetzt wieder oben gefisst. Ja, war gut. Joll. Jetzt haben die uns gerade ein bisschen überfordert. Ja. Hat genau Richtung Geisel geschossen. Joll. Hatte der, äh... Wolltest du vorhin gescannt? Eigentlich nicht, ne. Wir haben hier gerade bewegt. Hm. Ja, vielleicht war es ein Luckshot. Oder Hacker. Ja, auch Hacker. Ja. Ja, kommt. Ja, mein Luck. Jetzt zum Schluss. Genauso wie er. Ja. Aber wisst ihr, mein Kill von vorhin? Dafür müsste es eigentlich einen geheimen Erfolg geben. Beim Rimtschwingen einen zu töten. Mit den Füßen. Ah, apropos, äh, Erfolg, ne? Kilde einen zu brei. Wer hat 1000 G? Ah, ich bin... Wie viel Gamescore kriegt man? 5? Äh, die 2500 kriegt man 5G. Wo wir waren es oben? Wo wir waren es clean, ja. Keller ist... Ich glaube Hauptschlafzimmer. Ja. Oder oben halt wieder. Hoppisch, ja. Ja. Ja, kommt so rum. Bakery ist nach unten gegangen. Ja. Oh, jetzt kommt's wieder hoch. Ah, der Hacker hat dann M.G. aufgestellt. Der Hacker kann mich mal. Na gut, kann man von dem Seitenfenster gut durchschießen. Ja. Das Frostfall nach Borsin. Nochmal gleich, oder? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Fenster ist da wieder hochgeschossen. Äh, die, 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 die... Ja, schwarzes Auge aufger... äh, rausgeworfen. So, diesmal hab ich die Außenkammer auch direkt geholt. Äh, Stefan? Könntest du über die Tür auf der Seite aufschießen? Kannst direkt aufmachen, ich brauch nicht fetschern. Jo. Nice. Okay. Hat sich erledigt. Einer ist hier im Nebenraum, Tommi. Ich hab den, Tachanka. Ja. Bakery war das. Ist raus. Verlohn. Okay, nein. Hier in der Ecke hockt noch einer. Bei mir. Qualqueria ist noch drin? Hier, hier in der Ecke. Stefan, hier in der Ecke. Hier in der Ecke. Hier. Hier in der Ecke. Hier. Hier in der Ecke. Hier. Boah. Leucht. Treffen. Hab ihn. Nice. Da hab ich mich aber grad erschreckt, wo auf einmal, ähm, der Jäger vor mir stand. Da bei Frenz. Hast du ihn wieder zu Tode getreten? Ne, ähm, ein Logos hilft aber nicht. Ach, ne, ne, ne. Der hat die Tür auf... äh, diese Seitentür um zu umlaufen hat er auf... äh, aufgemacht. Soalelilup. Ja. Es wäre ja nur gut, dass wir noch einen Jäger bei Bereich Sichern haben, ne? Auf jeden Fall. Ja, macht Stefan dann ja. Ja, bei Bereich Sichern mach ich das dann. Ok... Ähm, Tobi, beim Angriff kann ich auch malِ flap spielten, falls du brutal hast, ne. ist mir gar nicht so wichtig was ich noch eine drohne drin noch eine weitere drohen ich geh dann mal ganz nach oben als ob diese selten treppe war oder vom schlafzimmer aus ist die treppe da gehe ich mal hin ach du mal die scheiß türen zu ich glaube die kommen ja nach drohnen tommy ach scheiße termite kam mir schon entgegen als ich die türen habe ich bekommen der termite kommt übers schlafzimmer jetzt anscheinend rein ich glaube die haben wieder hinten aufgesprengt bereich sichern raum gut gemacht der wusste aber sofort wieder wo ich spinne schneide im klavierraum garagenkorridor dabei ist der stacheldraht kannst du reinkommen loser ok in dem hauptkorridor ach die haben die geisel weiter versetzt deswegen hat er dahin gesprayt die geisel hockt jetzt weiter weg von der pfeil ist es jetzt hier im flur ja das bringt blackbeard ist noch dahinten blitz ist immer noch im flur boah der hat mir sofort Blackbeard da in der ecke gegeben sofort in mir ist Blackbeard und zwar der ekel auf der also ja ja der hat mich fest blitz ist down ähm ist noch treppe unten oder ich bin treppe unten ich bin treppe unten in dem raum ich bin treppe unten das ist Glass und er hat nicht mehr viel Leben nach links gelaufen ist er schon durch? er hat jetzt aber eine wand gefehlt wegen mir bei euch ja Tommy hat zugemacht die hinter dir passi für die da ja ja ach kriegst kriegst bei der kriegst einen riesen Einblick halt Knappierraum oah Arsch er zieht doch in die ecke bei der gruppe links da muss eh reinkommen ich kann ja auch auf die Tür kommen will 90 Grad passi 90 Grad der kommt durch die kleine der drohnt gerade der drohnt gerade der drohnt gerade ja ja der liegt im Falltürraum für Keller aufgesprengt ist klar können sie eigentlich quer durch die Tür schießen dreh dich mal um ah ok ja der ist jetzt der läuft weg der kommt gerade aktuell nicht von der achso ok ja keine Ahnung ich hab die Füße der oder der das wäre geil ich sag dir wenn er durch die kleine Tür kommt sauber ich hab den Termite einfach mal gemeldet stark warum? ja die sorry aber der war echt so ich weiß ganz genau dass du in dieser Ecke stehst und er konnte mich nicht hören easy easy äh jetzt dran oder wie sieht der Plan aus mir ist es vain mir ist es auch egal ok Raucherpause dann los gut ok Raucherpause der geht raus ok ich koch mir mein Teechen oh wie süß ja ich bin ja noch krankgeschrieben ich muss ja mal was ordentliches zu mir nehmen vielleicht liegt doch daran dass ich schon ewig kein Bier mehr getrunken habe ETF im Even-Dienst ach ja die muss ja auch noch spielen und G.I.G.M. ah aber süß da haben die ja endlich mal wieder reingesetzt ähm bei den Ubisoft dass man endlich mal wieder gewinnen muss mit dem mit der jeweiligen Kategorie die tatsächlich die 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 ab zehn games vor gibt es für den Stand hallo noch jemand da ja aber scheiße ich muss auch noch 53 mal terroristen jahren spielen verteidigung ich schaue auch so die kretze so so r r r r r Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf wen warten wir noch? Stimmt. Tommy. Tommy's Tea. Er geht auch draußen rum, oder? Ja, deswegen. Mr. Tea noch. Ja, ich bin ganz vernünftig und rauch einfach bei mir drin. Hallo, it's how see you're looking for. So, ist gut. Nee. Nicht wirklich. Okay. So, auf geht's, drei Tage wach. Boah, das Wochenende wird so brutal, ey. Freitag saufen, Samstag saufen, Sonntag Deutschland saufen. Montag saufen, Dienstag saufen, Mittwoch saufen, Donnerstag Deutschland saufen, Freitag saufen, Samstag saufen, Sonntag saufen, Montag saufen, Dienstag Deutschland saufen, Mittwoch saufen. Sonntag, ja? Und ich glaube dann? Ja, Sonntag. Und wann? Dann haben wir ein paar Tage. 21 Uhr. Uh, also Vorjahrdachsparade oder was? Nee, ich gucke da vorher noch die anderen Spiele. Achso. Ich glaube, ich bin auch gar nicht zu Hause. Ich hab mal so schon vorher. Mensch, da kann ich ja mal Homefront-Beta spielen. Das hab ich schon ewig nicht mehr angefasst. Boah, interessiert keinen. Oder du kannst ja mit den Luxemburgern einen Squad bilden. Als einziger Deutscher. Ja, genau, ey. Du fühlst dich wie Franz, ey. Also manchmal, wenn da einer mitzockt. Für Tommy. Hallo, it's me. Doch gleich. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Hörst du bitte damit auf, sonst wird das Video noch auf YouTube gesperrt wegen Trademark für das Lied. Okay. Nicht so schnell. Freuen die sich, dass wir Promotion machen? Für, für, äh, 13 Shows? Für, für, für so Beers, man. Für so Beers. Es gibt keine bessere Band wie, ne. Für Blackbeard? So Beers, einfach. Die schreiben nur Song. Ich hab 51 Titel auf dem Handy. Nur über Berte. auch über blackbeard ich muss den mal eine mail schreiben der huren wie viel zuschauer haben wir der rölf rölf äh ich will nicht mehr wisst ihr bescheid um zu wissen gissene stadt des haram der stadt der neuergass des haram der stadt der papst und der hitler alle sommer wichser na dann auf die ex stefan dein einsatz scheiße da ja und jetzt müsste der nur noch überprüfen und aktualisieren und dann wird es losgehen ach ich glaube ich also ich glaube ich fahre morgen mal den toysawas ne um dir das teil zu kaufen um irgend so ein teil mit geilen melodien zu kaufen ne warst du nicht mehr alle teil mit tieren mein neuer mein neuer bauernhof ne ja uuuu 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 schweller unter meinen Espae übernommen er uuuu b uuuu bei uuuu 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 weil die alle ein bisschen aufhören, weil die haben so ein bisschen schwierig... Aus der Steppe, aus der Steppe dann noch ein bisschen. Guck mal, die sind ja noch sicherer als Stefan, ey. Das ist schon krass. Das ist ganz tiefer Osten. Das geht? Das geht. Tief im Osten. Die sind so weit im Osten, dass ich schon wieder Westen bin. Ach, krass, ey. Boah, da bin ich schon... Ja, ich auch. Nee, du bist immer noch weiter Westen als ich. Ja, siehst du mal. Die Luxemburger sind am westlichsten. Egal wie West du bist, wir Luxemburger sind westliche. Nee, ihr seid Western. Versteht ihr? Western? Sind keine. Ich positioniere meine Drohne direkt... Oder? Auf jeden Fall den Lift. Ah ja. Ich positioniere meine Drohne direkt in der Garage. Hatten keinen Bock. Deine macht Geld kaputt. Ja, vielleicht hat der es ja. Der hat echt viele grüne Scheine, der Beisch. Lukas? Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall noch Frost. Aber nicht alle durch die Garage, ne? Naja. Der geht jetzt in die Garage, also ich komme mit. Ja. Ich bin da. Einer ist in der Garage. Der liegt hinterm hintersten Geldtransporter. Ich kann versuchen, den mit einer Drohne wegzuscheuchen, damit wir reinkommen. Ja, ich glaube, dass der eh steht. Ich würde mit Franzi mitgehen, Tommy. Äh, Bandit ist das. Markier mal einmal ganz kurz. Ja. Ja, jetzt läuft der. Noch ein zweiter, noch ein zweiter. Oh, er kommt ein Stück zurück. Der gibt dem Rückendeckung, der andere ist weggelaufen. Der steht da noch. Äh, jetzt ist der weg. Jetzt sind beide weg. Die Tür ist aber offen, die Doppeltür. Jetzt ist der, äh, der ist nach links gelaufen, der, äh, Jäger gerade. Bandit weiß nicht, in welche Richtung der, ihr seid jetzt da, ne? Dann drücke ich mal nach. Ja. Ah, Bandit hat aber auf jeden Fall schon gut kassiert. Müssen da aufmachen, dann. Da hast du, äh, ich stehe genau, aber geh mal, ich gebe dir Deckung von gerade aus. Da hast du, und in die andere Tür kann ich decken. Äh, hier rechts ist direkt ein Schild. Aber da ist keiner. Ich will, ich will gerade durchrennen, dass wir da mal durchkommen. Roter Flur steht einer. Oh, scheiß so. Franzi, bei mir ist einer. Ich will gerade durchrennen, Stefan. Aber ganz hinten durch ist der, der ist im roten Flur. Ganz hinten durch im roten Flur ist der, der, ah, da habe ich auch gar nicht gesaved, Pasi. Aber gut, hier ist, ich wollte auch noch, ich habe ja gesehen, dass hier. Okay. Treppenhaus ist offen. Ja, da links war der. Okay. Ich sage ja, wenn man was hier soll. Tommy, wäre eigentlich ganz gut, wenn du hier in die Drohne gehen könntest, dann könntest du melden, ob jemand, ob was von hinten kommt, hier, die ich habe. Voll entdeckt, voll entdeckt. Wo, wo denn, wo ist die, ah, da oben, hinten, oben, Flur ist die Kamera. Ja, ja, ich habe die Marke. Hab sie, hab sie. Okay. Hab sie. Okay, Stefan, ich gehe jetzt hier durch. Er schreit dann, Tommy, ne? Einfach schreien. Ja, er schreit, ich schreit. Rechter Raum. Mach da mal, mach da mal ein bisschen Druck. Ja, ja. Jetzt kommt, äh, Treppe, kommt da einer, Treppe, kommt da einer. Ja, aber ich brauche Hilfe. Da sind zwei, ja. Zwei von oben? Achso, nee. Nee, nee, bei mir. Stefan. Ich stehe bis jetzt nur ein. Au, hinter mir. Au, scheiße, der kommt durch die Falltür. Äh, Puls. Hab einen. Hab den bei dir, Stefan. Bei dir, Stefan. Eine kam raus. Äh, sieh, kommt noch eine raus. Aus Serverraum ist auch so einer. Geh, krass. Nein. Oh, den hätt schon in Kürt. Treppe, kommt wieder was. Treppe, kommt wieder was. Was ist der Fack, ja? Ah, die waren, waren die alleine unten? Ja, ich glaube, die waren nicht. Ich hab den jetzt geholt. Scheiße, den Puls hätt ich holen können. Fuck. Also Crazy Max muss man aufpassen, der ist extrem offensiv gewesen. Ah, nächste Runde nämlich Kind Schült hier auf der Map, das mag ich, glaube ich, nicht so. Auch ein paar Karpeln? Äh, nicht unbedingt. Kassiererbüro? Mach mal Kassierbüro, ja, würde ich eigentlich sagen. Okay. Auf der Karte bin ich ja eh tief in der Karte. Defensiv. Ja, ich glaube, ich glaube, ich bin auch defensiv. Ja, ich bin normalerweise im Nebenraum. Ich bin im Raum selbst, bei der Geisel. Mir war es eine Wand hier bei der großen Wand zu machen, ne? Franz, damit du da nicht durchgesprayt bist, ne? Ja, ich weiß. Gut, dann mach ich hier die. Einen Runde habe ich schon. Alle sind auch weitergefahren zu euch. Ich hab noch eine Wand. Wollt ich den machen? Oh, mein Aiming ist halt echt scheiße. Das ist unglaublich. Oh nein, ich hab nicht, ah, fuck, ich hab nicht viel gemutet. Das war alles zu. Und wo? Also Platz ist, Platz ist weg und seltener ist er auch. Äh, magisches Fenster. Sauberhause. Die Drohnen, die Drohnen, die Drohnen, die Lobby draußen? Ich muss kurz abhauen. Der hat mich schon. Kurz in die Garnung noch. Ja, Lobby fährt da wieder rin. Ohne fährt er noch zwischen den Sofas umher und was das da so ist. Wieder raus. Was, will denn das Drohnen, die da draußen mal? Ja, das Drohnen da noch. Einen ist ganz oben. Ich glaub, über uns. Ja, da hat die Kamera jetzt weg. Ja, da ist noch eine in der Lobby. Das ist immer auch gut platziert. Scheiße, ne, die Tür sieht man natürlich nicht. Jetzt ist Lobby weg. Ich hör hier was trampeln. Oh, die machen hier auf. Toll. Die haben die da noch aufgemacht. Die haben die da noch aufgemacht. Wie vor allem? Da ist noch Strom drin. Die schießen von oben durch die Wand. Die schießen von oben durch die Wand. Ne, hier ist aber nichts offen. Mein Strom ist doch noch da. Oh, fuck, die scheiße. Twitch, ey. Äh, Twitch ist da oben. Ich hab Setscher. Sauber. Ja, Twitch ist da oben. Ich spreng wieder oben, was? Jetzt haben die da auf dem... Über mir. Hab einen. Das war Termite. Ja, der Tee, keine Lade mehr. Mit zwei nach oben. Dann können sie nur noch durch die Türen kommen, eigentlich. Ich werd eigentlich umgehen. Ich will um den normalen Sprenger bleiben. Ja, ich bleib hier mit. Ja, aber die kommen ja nirgendwo rein mehr. Also die müssen ja reingehen können, um die Geile zu hören. Ja, da gut, hier ist noch offen. Ja, ich bin hier im Raum. Ich bin hier im Raum. Da ist... Und da ist auch alles zu. Jetzt kann ich mich nicht hinter den Kopierern die Camper-Ecke setzen. Okay, Lobby. Glastür. Stell dir mal, pass auf, ne? Die haben... Bis los, ey. Kann jemand da in der Kamera bleiben? Weil dann kann ich sofort agieren. Ja, welche denn? Äh, die in der Lobby. Jo. Ja, ich seh einen. Der steht hinter den Tresen. Er ist in den Tresen reingesprungen. Das ist ja so ganz nah... Nee, die andere, Lobby. Nee, die andere. Pass auf, Tommy. Wenn er in den Tresen reingesprungen ist, könnte er jetzt bei dir gleich bei der Tür kommen. Ja, ich hab' die. Hab' die, hab' die, hab' die. Ja, ich hab' die Pitch drinne. Oben. Hast du sie? Ich seh... Ich seh' nicht mehr. Oben ist da noch einer. Ey, Lobby seh' ich nichts mehr. Hab' sie. Dauer. 20 Sekunden noch. Ich kann ja immer nicht alles sehen. 20 Sekunden. Ich hab' ihn angeschlossen. Ja, den hab' ich auch getötet. No effect. Bei mir. Äh, Lobby ist hier. Ries voll. Bei mir. An der Seite, ne? Hab' ihn. Ja, der Deck wird aufpassen. Ja, wohl. Ja, weiß. Reis. Was wär' ich jetzt lieber? Ash oder Montage? Na, Ash fänd' ich ganz cool auf der Map eigentlich. Ja. Ja, also... Die Räume, die Räume, die auch noch übrig sind, da wird eher über Türen oder Fenster agiert. Also... Allgemein ist die Map nicht so schild, ne? Nur mal drauf achten, wenn's offensiv sind, halt ein bisschen mehr Druck machen, ne? Ja. Ach, nur Druck. Blut, ich geh' dann mal mit Frenz mit, falls er irgendwas aufhaben will. Jo. Ich geh' doch alles. Ach, so, ja. Dann haben Tommy, ich und... Ludo. Nö, ist doch immer besser, wenn er noch... So. Erstmal schauen, wie die sind. Guck gleich mal da, wo wir gerade waren. Ja. Ja. Äh... Oben Büro, Küche ist sauber. Büro. Ne, Kassiererbüro ist weg. Alles leer. Dann Sio. Haben wir denn Personalbüro? Äh... Also alles sauber. Also Küche. Ja, das ist sauber. Oben. Oben oder Küche? Ja, oben, ja. Dann lasse ich mal meine Drohne in der Lobby stehen, um zu gucken, ob die Fenster umlaufen machen wollen. Ja, ne, die... Also ich lasse auf jeden Fall schon unten eine stehen. Äh, Tommy, du sagst, wir gehen dann über die fette Wand, ne? Hinten die... Ja, hinten bei der zweiten Lobby. Der kleinen Lobby. Ja, Frost kommt hier auf jeden Fall schon mal runter. Ja, Frost ist auf jeden Fall offensiv. Ah, die hat meine Drohne leider gesehen, die Drohne. Ja. Und los. Ab die. Genau aufpassen, wenn wir hier rüberklettern. Willst du durch die Tür gehen, oder? Ja. Okay, ganz hoch, alles klar. Oh, oh shit! Wo ist ein Fenster? Schalt, Jess. Das ist eine kleine? Ne, unten oder der Seite. Oh, das. 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 Greifen wir jetzt doch alle über die gleiche Richtung an Dann mach ich von der anderen Seite Ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, was er offensichtlich hier machen soll Ah, hier das Fenster meintet ihr, ne? Naja, das ist aber garantiert präsent Naja Ich hab auf jeden Fall schon mal gefetschert Einer ist rücktergesprungen Wie sieht's in der Lobby aus? Ja, wenig Einblick gerade Du meinst meine Lobby hier, Stefan, ne? Naja, wo die uns von der Wand... Ja, Frost ist tot, hast du die? Ja, ja, die hab ich Ja, die wollte einfach nur die Fensterkletterer ficken Dann deck ich dir ja mal von hier in den Rücken, Franz Ich guck mal hier, Stefan Ähm, Smoke ist... Ne, Mute ist hier unten Der chillt in der Lobby, Stefan Also in unserer Lobby, in der kleinen Lobby Einer rennt raus, holt es raus Hast du den angefrackt? Ja, bisschen Dumps machen jetzt Ja Tommy, wir konnten versuchen hier hinten jetzt die Wände aufzusprengen Ja, Tommy, geh mal zu Lukas dann Jupp, ich komm mit Scheiße Ach Ja, ich hab... Einen, den hab ich da angefrackt Wie auch immer der gerade down gegangen ist Ab da rein, los Das ist bei dir Oh, Falle Also kann geheilt werden Also Mute... Oh, Mute ist, ähm, da wo die Fenster aufgeschlagen wurden Stefan eben Ah, sauber, sauber, sauber Ja, geh rein, geh rein, Franzi Geh rein, jawohl Schön, 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 schön Schön, schön, schön Boah, ne Franzi Eie Schnell noch den... Hat den Passi gerettet und dann noch den Typen nur umgeniegelt Und dann... Ach, das war nicht... Und dann auch auf Tommy geschossen Das war ja schon vorbei Danke, danke Danke, danke Schöner, äh, angefreundlich, Johanne Einen, wusste ich einfach, dass... das einfach nur noch Puls war Habe ich dir noch schnell abgenäht, das... Geh mal... Geh mal... Ne, wenn... Wenn würd ich Personal... Äh, also... Geh mal direkt Tresor oder mach mal noch eine... Ja, lass mal ruhig Tresor probieren Okay Mein Ort Ja Kann man gleich... Äh, wir brauchen drei File-Zion Ja, dann... Soll ich eine machen? Ne, wär besser, wenn du die machst, Lukas, ja Gut, ich bin ja flink unterwegs Auch ein bisschen Zeit und die Scheiß zu... Machen wir keine vier? Zwei Wände hin? Ach, ne, scheiße, ja Äh, was ist denn das Fahrstuhl? Dein Tresor, die Falltür? Und Flur Roter Gang, genau Mhm Das heißt, selber Raum lassen wir sein Ja, ich würd... Ich würd auch sein lassen Da verteidigt eh keiner von uns Und hier nur den roten Gang zu machen Und hier neben die... Die da... Die eine hier und roter Gang Ich mach roter... Äh, ich mach Flur, also roter Gang Äh, die jetzt zwischen... Machen wir nicht, oder? Die hier... Ich hab die... Die Westen hier... In den... Fahrstuhl hingelegt, ja Jo Also ich mach den Fahrstuhl Hab eine Drohne Welche Wände jetzt? Ich brauch roter Gang jetzt bei mir Äh... Ich mach eine Ich hab noch eine Drohne In der Kopf Film zu machen Und... Und nicht draußen in Flur legen, ne? Das... Weil können ja easy... Ich mach hier noch... Ich mach hier Störer hin Ah, scheiße, jetzt hab ich Kamera... Im... Da sind doch zwei... Zwei Westen liegen da noch? Ja, ja, ich meine, meine Ich spiel definitiv, alles gut Ich mach schnell Kamera... Äh... Oder ich geh... Ich geh nach... Egal, ja Äh... Beide Außen Kameras sind schon down Oh, scheiße, hinter mir, hinter mir Oh, perfekte Kacke Blitz Kommt die Treppe runter Okay Achtung Tommi, ich geh mal durchs Bild Ja Ja Äh... Lukas, äh... Soll ich mal wieder raus? Ne, guckte ich auch nix Ja, da drin ist die Tür zu, ne? Also... Ist alles gut Also... Also... Also der ist noch in der Treppe Okay... Äh... Serverraum Twitch Die Twitch geht jetzt vor, dass Leute sehen, falls da Äh... Falltür ist, äh... Aufgegangen bei, äh... Äh... Fahrstuhl? Ja Ja, mein ich ja Ja Tommi, warte hier Warte hier Warte hier Das Serverraum sind zwei Personen drinne Hier, Tommi Leg die, Tommi Leg die aber so hin Ja Weil die müssen übers Schild springen Ja Störsender hab ich bekommen Äh... Der... Der kommt jetzt bei dir passiv Längst Durch die Tür Der müsste jetzt davor stehen oder so Ne, einfach nicht da Wer ist wieder weg Ich höre den Schild Blitz steht noch immer in der Treppe Also den Hörschnell immer da in der Treppe So zwei Minuten Aber wo sie Töches wieder Töches weg Also die überlegt sich schlecht das andere Der die ist weg Denkt... Okay, Blitz kommt Mach hier den Haben wir einen Störsender bekommen Twitch ist ebenfalls jetzt da Sauber stellst es da unten Ja der ist Twitch noch da Ich mach hier Ich gehe wieder hin zu Jetzt geh mal zurück cui geh hier se convまで Ich geh wieder hinzu aus Ich geh wieder zurück Ich komm mal zurück Stefan Ich brauch wieder äh... Kannst du hinter wieder zu machen Twitch und äh... zu drei da drei stück vor der tür wenn jemand c4 handy zu viel hat ich glaube bei mir kommt das einzeltür was geht bei mir okay jetzt ist noch da vorne du kannst bei dir da ja die die ist da gerade gelaufen die kommt jetzt könnte jetzt doppelt hier reinkommen oder einzeltür doppelt hier könnte in den raum in den nebenraum gehen keine ahnung den hier den drin hier ja könnte sein ich weiß nicht ob die macht bei mir bei mir bei mir so warum also keine ahnung wie schnell verblitzt da in der treppe wenn man so konzentrierter angriff und dann ja unten können die eh nicht mehr hin das ist ein großer pluspunkt mensch das läuft doch noch konzentriert den lachs zu ende holen den lachs haben wir schon an der angelschnur aber jetzt im haken reinziehen und müssen wir noch ans boot ziehen er ist schon fast an der oberfläche und dann knüppel über den kopf das ist ja dann dass das genießen des sieges und vor allem in so ein paar russen oder sowas man denkt ja mal gleich dass ein tecker gegen so eine spielt jetzt ist aus kassierer was hast du kisch ist frei vielleicht aktivieren die die man jetzt erst ich glaube die sind kassierer ja können das ist doch das hier war sein also die vermutung liegt ziemlich bei kassierer kitzelt 13 den themen den der die seite wo ihr spawnt Willst du aufs Dach oder cleanen wir mal die Lobby, Pasti? Ja, die Drohne ist schon von der anderen Seite. Ich habe meine Drohne stehen gelassen. Ja, ich habe auch noch meine Drohne hier in der Lobby. Sieht so weit sauber hier aus. Ich fahr mal, ob einer in dem Großraumbüro ist. Das ist einer. Großraumbüro ist Bandit. Guck mal, dass du oben die beiden Dachfenster suchst. Also dieser Nebenraum ist auf jeden Fall clean, Pasti, über diese kleinen Fenster. Ja, da habe ich auch schon gedroht. Ja, dann gehe ich da mal hin. Komm da mal rein. Obwohl, ich glaube, ich spraye erstmal durch die Scheiben. Die haben verkastet. Einer ist hinter der Theke. Frost. Warte mal, dann gehe ich hier unten an die Scheiben. Warte mal. Ob ich ein besseres Sichtfeld. Liegt die da, oder was? Die stand. Wir sind nach rechts abgehauen. Ich weiß nicht, ob er bei mir im Raum ist oder ob er weitergegangen ist. Ich kann aber eigentlich schlecht weg, weil beide Türen zu sind. Ja, Lukas, dann geh mal ein Stück vor. Ich guck mal schnell mit der Drohne, ob die da noch ist. Also der Personalraum ist auch entweder da rausgegangen oder in die Scheiben. Ja, die liegt da noch. Die ist da noch. Ja, geh hin und flash erstmal. Ich bin hier ganz hinten, also... Oh, oben, über dir! Ja! Hab ihn! Danke! Nice! Soll ich hier mal durch aufsprengen? Ich hab Frost! Jawoll! Nice! Tag Team Bitches! Ja, die Kamera spottet mich halt. Habste? Ja, ich komm mal rein jetzt. Warte! Tommi, wir könnten dich jetzt hier eigentlich gebrauchen. Tommi, du musst... Ja, hinten musst du auch aufmachen, hab ich so das Gefühl. Weiterhin schon aufgemacht. Frenz? Warte, du bist vorgegangen, okay. Der kommt, ich mach hinten auf bei der Tür. War da, Tommi. Okay. Die haben Löcher in der Wand. Ich mach die andere... Ich mach die andere Tür auf! Ah, scheiße! Ach, schief! Ach, schief. Ach, schief.. Ach, schief rum, Da war Casslocks nicht geholt. Academy? Da war aber auch noch ein Deutscher drin. Zehehe. Ja, da hŽnene Löchern drinnen. Sind da? Sind da beide? Sind da beide? Brauchte ich n'nicht aufpassen, dass da's nicht läuft! Aah scheiße! Verbandiert. Jetzt von hinten, komm... Das was ein Loch, ne? Ja. Ey Franz, kannste hier von da richtig yer snakesken? Ja, probier's gerade. ich hab die ich hab die tür nämlich im auge der fahrer der tür so was die geilste noch was ist von dir aber schau mein lässiges drehen dass der die krieg er ist ja da haben wir den lachs ans ins boot gezogen aber ganz fein ganz fein filet zum schluss der dora filet also ich muss auch sagen mit dem mit dem toten kopftuch gefällt mir die es ganz gut dann kann man ja nicht das was du mit der zerstörst uhr gold 3 54 doch bei mega plattig punkte 200 punkte fehlen mir bis gold 4 direkt die nächste ne ja ja so jetzt habe ich auch 2 0 sieg niederlage uhr 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 Auf jeden Fall. Ich glaube, die letzten Rang-Matches, die wir gespielt haben, da war wenigstens einmal, jedes Mal das Boot mit bei ihr. Ja. Acht. Das Boot. Ich nehme das Boot. Das Lachs, apropos Boot und Lachs hier alles. Jetzt sind wir hier wirklich auf dem Boot und müssen den Lachs einsammeln. Einen schönen kanadischen Lachs. Mh, kanadischer Lachs. Also, ich glaube eher, das ist die Bärensee. Und sie müssen krampfischen, ne? Ich bin nur Lachs. Das ist ein gewöhnlicher Kumpel. Komm, ich hab mich auf den Tisch. Röpe. 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 Ah ist Erik wieder dabei! Ah ne doch nicht Xxquanktank Stefan ich brauch dich also Wenn Casino nicht braucht Guck ich diesmal auf die Tür auch Ich guck Isfitteria Isfitteria ist clean Ich fahr sofort Casino Ja bin schon da Fisch ist auch clean, ich fahr noch Motor Tomi kommst du mit mir schnelle action dann Stefan falls wir es schaffen zu clean naja ich stelle mich erst mal unten an die Treppe meine Drohne stelle sie ins Schlafzimmer Soll ich mich hochziehen oder machst du das passiv? Ne ich mach das ich mach das mit ach ne oder du ja du kannst auch gern mit Stefan machen ja keine Ahnung ich hab grad erst jemand was zugemacht vor der Fresse ja guck du erst mal auf die Tür ja ne Stefan dann geh du mit Lukas mit das Fenster hier wurde aufgemacht hier wurde wahrscheinlich ne Kamera rausgeworfen ich guck gleich warte irgendwo hier im Kapsel sauber haben wir die normale Kamera ja jetzt kannst du machen Rantale da oder spring mal auf oder schlag auf einer ist oben im Cockpit Tomi wir müssen hier aufpassen das Schlafzimmer ist sauber wo aufgeschlagen wurde ähm na du mach doch auf ich glaub da war einer im Flur äh Tommy du kannst du müsstest rein können hinter mir und im Schlafzimmer Valkyrie ist im Schlafzimmer ah komm her ich hab hier ich hab hier er ist da oben er ist da oben nicht mehr viel Leben hier piep ist was oh da war Nitro Handy das hab ich noch zerstört also Valkyrie hat ihr Handy verspielt er hat sicher nirn an mir ist da leben der ok Pulse ist da draußen wieder draußen ja äh ne also äh vor dem Casino ok ja der war gerade ganz draußen ja dann Stefan probier mal schnell eine Action drunter mal rein und dann probier mal Tommy du kannst auf jeden Fall hier rein ok da liegt einer genau in der Geisel wieder ok ah genau in der Geisel ok pass auf den Flur auf pass auf den Flur auf pass auf den Flur auf links ja aber ich komm jetzt auch rein ich komm jetzt auch rein dann kannst du im Nebenraum die äh die Fight hier aufmachen und auch hier die Fight hier Strom hab ich Strom hab ich zerschossen What? Hä? Ah die kam raus die kam raus die kam raus ohhh Franzö du kennst das Spiel äh gehst du in die Kamera Flur ey wir müssen unbedingt die Fight hier über den aufmachen ja mach mal jetzt mach mal jetzt mach mal jetzt ja er ist Anna down bei der Geisel ist Anna down macht mal die Matte weg bei der Geisel vor allem vor dem Fenster hier ja mach mal die genau mach mal die zuerst der sitzt ja ganz hinten in der Ecke ich hab den grad gesehen ok er hinter dir hinter dir er fällt hier ich Tommy Vorsicht Flur das heißt Flur kommt dann ja der hat sich wieder nach hinten verzogen immer nach den Flash Sauber Steppe der andere liegt noch in der Ecke ich hab auch Flash ich hab auch ne Flash ja mal schnell kannst du mal oben rein flasht hab ich Oh einer es raus gerannt oah na halt mich alleine wir müssen oh 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 Falscher gut 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 ja auch ein einer ist raus gelaufen also waldkirr nach oben ich würde sagen die ist nach oben kommen leider vielleicht muss wir gucken Vakery ist im Casino ne äh 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 Vakery ist im Casino beide sind im Casino du kannst unten beim Schild okay gut beim Schild da war die war da beim Schild ich markiere die jetzt einfach um die zu nervös zu machen jetzt kannst du rein rein jetzt ja los die suchen die Drohne gerade ja die suchen die Drohne ja und und Geisel jetzt komm jetzt komm jetzt komm jetzt komm jetzt ah scheiße ja da los doch ah scheiße ach so kacke dass die mich ja noch im Laufen haben ach ich auch na wenigstens können sie das Casino nicht mehr nehmen äh was sollen wir Cafeteria jo Wird Kaffen benötigen Sackgelöe jah ne ich glaub nicht wer war dann vorhin so hoch im Rang von dem Der Crazy Max, also beide Gold 4 und Bogdan Coutinho Auf jeden Fall der mal mit Pulse spielt Ich mach noch die Fallschäden Mach hier diese 3er Wand mit Spuren noch Ok mach ich die halt große Einer braucht noch seine Weste Ja, das bin ich Wer bleibt defensiv? Ich bleib defensiv Ey, hier fehlt noch ne Wand Ich bin auch defensiv drin Ja, auch Ja, geh ich offensiv Also ist irgendwo noch ne drunne Ja Geht aber keiner Wow Die kommen da, die kommen da Pass da auf bei der Wand Tommi, die können nicht da einfach durch die Wand abknallen Ach stimmt ja Durch Okay, die Drohnen A-Clack Schild is ready! So, können sie selber auf die Reise schießen Bei mir ist etwas aufgeschlagen Bei mir ist etwas aufgeschlagen Ich kann Kamera machen Tommi, äh, eher Franzel, ihr müsst mir, äh, Stefan, Tommi, ihr müsst mir nur sagen, wenn ihr was abgeht Ja, mach ich Äh, die kommen von Motor höre ich was Aber ich glaube, die sind noch oben bei Motor Also ja, die kommen von oben, von der Lobby, ein Schild ist das Äh, wie heißt der Raum, von Launch, aus der Launch, aber der ist wieder weggegangen, der Fuse, der läuft jetzt, äh, Küchentreppe geht da, Franzel, der ist jetzt bei dir Sauber Aber da war ein Schildtyp, pass auf Das, das war Termite Ja, das ist sehr gut, ja Ich höre irgendwo jemand drohnen Aber leider eine Niedromladung weniger Äh, Vorsicht, Franzel, du wurdest gedrohnt Der, der hat gesehen, dass so geklappt Ja, der Schildtyp ist hinter dir her Da ist, zwei Schildtypen sind da Die sind, äh, einer guckt hoch, einer guckt hoch, geht er nicht runter gucken Der guckt immer noch hoch Jetzt, jetzt gehen beide weiter Sind jetzt bei uns auf Sturebene Einer drohnt, die gucken aktuell nicht Die sind jetzt in den Nebenraum rein Ich sehe sie also aktuell nicht Ich höre ihr Schritte Nebenraum bei uns, oder was? Ja, genau, äh, die kommen jetzt zu der Tür hinten, hier Zu der Tür kommen sie jetzt Ja Ja, Frontage Ja, und Blitz ist da Ah, shit Da ist noch einer Einer hab ich angefragt Äh, Ash Ah, shit Ah, durch die Tür hinter uns haben sie mich Oh, fuck ass Okay, ich bin Kameras Okay, Montage Sledge ist da hinter dir Da ist noch einer Pasi Da im Flur, im Gang So, war, Montage Ash markiere ich Äh, andere Seite Jetzt vor der Tür Oh, ich kann diesen Crazy Killer nicht töten, Mann Crazy Max Oh, hat er noch so viel Lass auf Lass auf, Sledge ist da hinten Rechts von dir Jetzt Richtig markieren Okay, gut Ja, jetzt hat er die Kamera Die kommt Blitz wieder Bei mir Bei denen Okay, Sledge Okay, Sledge Der drohnt jetzt Der steht im A-Cluck Ash kommt jetzt, glaube ich Ja, Ash ist auf jeden Fall irgendwo da Bei A-Cluck Blitz ist hier, blitz ist hier Okay, Ash vor der Tür Ash ist down, ich hab aber kaum noch reden Oh, vier hat die noch ausgehalten Blitz ist hier bei mir Okay, äh, Sledge Okay, Blitz ist drinnen Hälfte Ash, äh, Sledge kommt jetzt Zauber Ne, Blitz ist hier drin Hast du noch zu vier mehr? Ne, ich hab ganz hier vier mehr Ja, aber er muss die guys hier Laufen Oh, fuck Boah Ja, Mann Zauber Das war auch nur halb geblendet Zum Glück Ja, ich war zum Glück nur halb geblendet Sehr gut, sehr gut Oh, ich dachte der wäre hinten rausgegangen Da war jetzt ein bisschen Boah, die war luckig, ey Wieso finde ich die nicht? Die Lacky-Lack-Shot, ne? Ja, das war echt ein Lacky-Shot So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Punkt an einer schwierigeren Position gehört Ach, Mann, ey Die Leitung, ey Ich hab die Ich will zwei Assists Was ist das für ein Unsohn? Ja, aber zweimal in der Also, in jeder Runde Bin ich gegen den Eins gegen eins gekommen Hat der immer noch ein Milliliter 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 Blut Milliliter Blut noch im Kreislauf, ja Milliliter Blut hat der noch Das hat er aufgerechnet Ich fahr direkt zu Cafeteria Und Motorraum Motorraum ist frei Cafeteria Cafeteria Ich würde über Akla kommen, ist am einfachsten Ja, würde ich auch machen Ich stell meine Drohne auch direkt da rein Kamerad Im Casino Äh, da wär Schild ganz geil Ach, Stefan Nein, da kriegt er mich jetzt Smoke ist Smoke ist Smoke ist auch nach oben gegangen Also, also Schild wär ganz geil Weil wir müssen auf jeden Fall in Akla irgendein Raum rein, also Ja Ja Es war nochmal ein Neu-Drohn, der hat meine Drohne leider gekriegt Ja, meine auch Ja, meine auch Ich bin auch rein Ja, keine Ahnung, die ist ja irgendwie in den Schrank reingebackt Was denn schnitzvoll erwischt? Hier schlägt irgendjemand was auf? Glaub ich Hä? Das könnten die Flaschen gewesen sein, die ich gerade kaputt mitgemacht habe mit der Drohne Weiß nicht Einen ist weg Äh, Lukas, bleib mal oben, ich drohne kurz Hat er die Kamera oben geholt? Ja, hab ich Ja, Lukas Ok, hier ist niemand Doch, da ist einer Äh, du kannst reingehen Lukas, geh rein Ja Wo ist der denn? Geh mal rein, geh mal rein Der ist in der hintersten Ecke Warte, warte Hinterm typischen Tisch Geh rein, geh rein, jetzt genau da Ich markiere ihn jetzt, da Naja, nur angefragt Nochmal angefragt Äh, das war Frost's große Ja Ah, fuck Ok, dann müssen wir da die Tür safen Der ist abgehauen im Flur Tommy, wir bräuchten dich eigentlich hier hinten Ja, hör mal, Tommy, komm mal auf andere Seite Komm mal auf andere Seite Nicht sterben, komm mal raus Okay, Frost, schau dir in den Flur Ja, ist egal Stefan, chill da mal die Tür Lass die Tür mal bitte dicht Lass sie da nicht reinkommen Na, warte Ah, aber pass auf, da darfst du Smoke aufpassen Ich Ich Da ist einer, da ist einer Oh, Tommy, geh weg Geh außen rum, geh außen rum Geh hinter Stefan lang Andere Seite Du sollst aufsprengen Nein, da 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 Links, links, links entlang gehen Links entlang gehen Und da ungefähr Mitte aufmachen Komm raus Ja, hab ich Oh, noch eine Treppe Oh, noch eine Treppe Oh, noch eine Treppe Oh, noch eine Treppe Oh, was War das denn jetzt? Oh, Muti Zoom Hab ihn, hab ihn Scheiße Warum muss meine Kamera jetzt an der Wand Was für ein Quatsch Wo war der Typ? Deine Tür Hab ihn Boah Hab er Er, dieses wieder ist, ne, hab ich nicht Ja, er müsste durch die Tür kommen jetzt Ich höre jetzt hier vier Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ja, das ist, äh, das ist von Pult Das ist von Pult Hast du Da, da liegt eine, da liegt eine Falle noch an der Treppe Was war da? Okay, ich guck mal ob das ein drohnenmäßig ist Haben wir den? Und Treppe, ja, oben Mute Oben? Oben oder unten? Ja, oben Sicher oben Weil Mute hat mich vorhin da geholt Weil Geiselraum ist eigentlich leer Kommt runter Hast du die Kamera da geholt? Also Smoke ist, äh, hinten bei der Küche Also bei der anderen Eingang zur Cafeteria Weil da muss Mute ja in der Nähe der Geisel sein, weil der ganze 4 gezündet hat Wenn das stimmt, dass der in der Küche ist Oh, da ist noch die Matte unten, oder? Ja Bist dann an der jetzt vor mir gekommen? Das war ja knapp Das ist ne gute Frage Was nur noch 25 Sekunden mehr Ah, schluss Ah, klar Nebenraum vielleicht, ja 10 Sekunden left 10 Sekunden left Boah Boah Soll ich gleich mal was sagen? Highlight Highlight Du bekommst gleich ne schöne, ne nach Hause Ich glaub auch Ja, richtig Alter Boah Boah Alter Da ist der krank, der Typ Alter Casino oder Motor Alter Motor, oder? Boah, mir klappt grad gar nichts, aber das war grad mal übertrieben Ne, wieso? Nein, lass uns doch versuchen, den Dings beim Angriff zu haben Oder? Casino ist doch geiler Wollen wir das holen, dann haben wir Beim Angriffen Match Paul Match Paul Boah Ich glaub du fickst die Russen noch richtig ab Boah Das war ja immer mega Ich hab den noch aus dem, den zweiten hab ich noch aus dem Augenwinkel gesehen Ich wollte ja gerade so Geisel Ja, also, also Das Schwierige ist ja nicht den zu Also, der Geisel, Tüten Geisel oder Tüten Also der erste war jetzt ja, war ja okay War, war, war normal der SG-1 Aber dass man dann einfach direkt überall des Feldes ist, ne Weil das ist, das ist, das ist hohe Kunst des Zoppens Danke Danke Ja Ja Eine Drohne ist in den Flur weggefahren Absolut Haben wir ein bisschen Scheiße gebaut mit den Wänden Ich mach die Tür jetzt zu hier, ne Ja Ja, ich bin weg Tschüss Habt ihr alle Drohnen gehabt, gekriegt oder? Ja Ich hab drei Stück Ich hab eine Oh, wieder Blitz Beide Außenkameras sind schon down Ich hör wieder beim Motor was, die kommen oben in der Lounge glaube ich wieder rein, ja Blitz ist das, ich glaub der macht die Kamera, ja und da ist noch Oh, die machen schnell Action Die machen jetzt die Kamera kaputt Die haben schon hingeschossen bei der Geisel Einer kommt jetzt von der Küche, äh, von der kleinen Tür hier hinter uns Oh, ich hab Blitz abgelenkt, bin weg Pass auf Stefan, ich glaub die können dich durch Fenster da sehen, hinten Ne, so gehts noch aber Okay Ne, die schießen gar nicht Der ist schon aufgeschossen bei der Geisel Wollte ich Granate hinter euch? Ah, ist die MP genug Dann nur eine MP Dann nur eine MP Ne Drohne Wow Geh weiter hinter dir, hinter dir, Frenz Die machen die Fight hier auf Die machen die auf Die hinter mir Da, ich wollte hinter dir getötet Vom anderen Ja, fuck ey Ich weiß nicht wohin, ey Ah, das war kacke Also Also ich pick dieser Okay, ne Der geht mir extrem auf den Sack IQ Ich komm in eine Ecke Du bist wichtiger, ne Ah, Blitzkirr geht hoch Vor der Tür Satcher Bei Stefan Pass auf, der hat jetzt einen Blick rein Okay, Blitz und IQ kommen rein Haupttür und Blitz Blitz noch Haupttür Nur noch zwei Satcher ist er Satcher, der äh, der kommt jetzt zur Einzertür Fight hier bei mir Fight hier bei mir Blitz Blitz an der Haupttür Blitz an der Haupttür Blitz an der Haupttür Aufpassen Satcher ist Kommt wieder hoch Der Geht wieder in die Ecke Ich bin hier grad zu unter Dauerbeschluss Ich weiß ganz schlecht Einmal raus rein Blitz Er ist rausgerannt Blitz an der Haupttür Ah, Doppeltür Ah, der ist weggerannt, okay Dauert, der ist down Über dir, über dir, sogar über dir Ah, fuck Also ich sag, wenn Satcher sich schnell ist Also ich sag, wenn Satcher sich schnell ist Also passt Hauptsächlich auf die eine Stelle auf Ich pass auf, okay Satcher Kommt jetzt durch die Einzertür, Tobi Ja Ich sag, wenn Satcher runterkommt Ah, Mann Ich frag die nur an Na ja, Blitze Oh, Mann Ah, ich schwätze die probieren sofort wieder das gleiche, oder? Könntest du durchaus sagen Weiß nicht Aber wenn da ein Blitz ist Da muss man eigentlich nur eiskalt auf den Arm schießen Der Kopf wird dann von alleine irgendwann frei Weil da irgendwie da so animiert ist, dass der Schild runter geht kurz Oh mein Unterhemd ist komplett klatschen was eigentlich Ich leide hier schon wieder eh Gartenraum ist clean Gartenraum ist clean Also ich bin schon A knack Ja, sind wir der gleichen Stelle Okay Bandit ist hochgegangen Wir müssen gar nicht eine Verteidigung mal was ändern Ich muss mal Dann spiel ich mal dash, wenn sie sich so kurz Was ist Gleichstand für dich offensiv spielen? Mhm Ja Okay Äh, fallen, äh, aufpassen, Frost fallen um die Gleise herum Frost ist wieder in den Ins Arklack gegangen Ja, ich hab meine Drohne diesmal hier positioniert Ja, mit Arklack wieder Ja, mit Arklack wieder Tommi, du kommst gleich nochmal mit, ne? Also gleich Arklack nochmal kommen Ja Und dann, äh, erst wenn Stefan die Tür wirklich zugemacht hat Also so zugestellt hat Dann rennst du da vorbei Ja Ja Ich hab die Kamera hier Tunst du vor diesmal? Jo, können wir machen Äh, Frost hat hier fein gelegt Oh, das Loch Die ist hier gerade direkt Die schießt grad, äh, auf mich Ja, okay Ja, sorry Jetzt, 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 ja, sauber Hier, äh, da wo die gestorben ist, da liegt auch ne Matte, also, Obacht Guck mal, ob vor deiner Tür ne Matte liegt Ne, gut Äh, sauber Ja Habe ich Äh, einer ist hinten im Flur gewesen, aber der ist Richtung Küche gelaufen Okay Äh, hier ist einer Trepp hoch, der kommt, der kommt, der kommt Oh, Stefan, weg, 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 Stefan Oh, Stefan, weg, weg, Stefan Nein, ich bin da nicht Oh, Stefan hat mir angefreckt, er zieht den Typ Okay Ja, komm ich Sauber Boah, Stefan, hast du viel verloren? Oh, ja Bin mit meiner Drohne in den Störsender gefahren, ich muss kurz Daktar lieber, mein ich Entstörsendern Okay, mach zu, Stefan, mach zu, Tommy durch, 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 mach zu, mach zu, Tommy durch Ich bin in der Küche Und weg, schnell, kommen wir weg, jetzt kannst du auch auflassen wieder Ja, so würde ich das sehen Ist hier, ist irgendjemand, den dir nebenräumen? Ich kann die für dich clean Stefan, ist da was? Da ist einer Ist einer Ist einer Ist einer Ist einer Hier ist der Nebenraum, daneben ist er auch clean Franzi, hier ist einer, im Flur, im Flur Ja Der Typ hat jetzt einen C4 verschwindet Ja Einer kommt jetzt zu euch, einer kommt jetzt zu euch Puls ist das Puls steht da noch? Könnt ihr einfach durch die Wand schwarten Oh, Scheiße Oh, Scheiße Warum ist der nicht da unten? Oh, Puls ist Hat noch 25 oder so Ja, müssten wir eigentlich machen Ja, ich bleib hier, warte hier Oh, Scheiße, der ist wieder flöpisch, hm Ich hab ihn angeschossen Ich hab ihn angeschossen Der ist rechts in der Ecke, wovon, wovon Viva den geholt hat, die Bin Ja, da an der Tür Nee, der Leid hat's gar weggerannt Ah, fuck, ey Pass auf, die haben leucht Ich bin das Oder? Ah Bei der Geisel Alter, die Kamer hat nicht die Kamera Ich drohne mal kurz, Tommy, bleib bei meinem Deck Ja, da ist er, der ist im Gang Ist im Gang Das sieht von euch aus Also im Nebenraum Eigentlich Von euch aus Genau, rechts neben der Geisel hinter der Wand Da sitzt er Ja, rechts Ja, rechts Ja, rechts Ja, wie hab ich gesehen Na, Lukas, dann sag an Bist du in der Nähe? Ich bin jetzt bei der Treppe Der andere ist jetzt ganz hinten Scheiße Woah Zu zweit Ja, lass mal durchs Flur gehen Oder? Ich bin hier jetzt Wo ist dein Puls eigentlich? Ich halte hier die Stellung Ich lenke die hier ab Geht hier Ja 30 Sekunden noch Ne, ja, da im Nebenraum Ein weiter ist der Vandit 15 Sekunden Beide, beide da Geh rein, Tommy, geh rein Zu schnappen Geh rein, Tommy, geh rein Schnell, schnell, geh rein Hä, waren da nicht zwei bei dir? Drei? Oh, ich hab einen Ja, war mein Fehler Ja, war mein Fehler Aber die gehen doch echt nicht down, ne? Die gehen so lange dann down Ne? Richtig schlimm, ja Scheiße Keine Ahnung, bei mir Ich hab's so lange auf Puls gedonnert Ich hatte schon losgelassen Weil ich einfach davon überzeugt wäre Der wäre down Gehen wir hin? Ja, Casino Ja, ich hätte halt diesmal die Kameras im Spiel, äh, Defensiv Also, boah Ging noch ein Glück, Alter Kannst du gerne in Defensiv spielen, ne? Ja, ja Kannst du gerne in Defensiv spielen, ne? Ja, ja Oder so Können wir auch machen Ja, na, können wir machen Dann verteile ich einfach nur die Kameras schnell und Nettig auslachs Dann mach ich die zwei Fight-Tieren Dann kann ich ja später die Beste auch holen Ne, das ist auch nicht so oder so, machen wir nicht in die Kameras Na ja, gut, stimmt, ja, klar Wir haben diesmal keine Westen Ne, das ist ja nicht schlimm, aber äh, achten wir auch, dass diesmal genau hier hinten zu machen Hinten, weil Leiter müssen wir nicht unbedingt da, die eine Die könnten nur aufschießen und wenn, dann ist das halt so Ja, gut Drohne ist auf jeden Fall schon da oben Eine Drohne hab ich Da lassen wir sie halten, oder? Ja, eigentlich nicht Eigentlich nicht Eigentlich nicht Okay Oh Oh, scheiße Scheiße Wie war denn das überhaupt, was passiert? Ja, keine Ahnung Der durch diese scheiß Drohnenloch geschossen hatte Ich weiß nicht Äh, mach nochmal Tür zu Willst du rein? Okay Ey, die kleine Tür muss noch zugemacht werden Jo Boah, dass er das als ihr wasch jetzt machen kann, er sich in die Geisel legen und fertig Bei mir ist schon offen Ich bring hier schon rein Ich komm wieder Lounge Ich komm wieder Lounge Ich komm wieder Lounge Hör mal Hör mal Wo denn? Der Aserum Halt hier Und Noch mal Hör mal Wir springen hier an der Haupttür auf Ja, die haben sie gesetschert Boah, dann sitzt der da in der Ecke Ach, die sind Uah, ich hab Blitz Oben, Lukas Sind die Die passen auf die Dings auf Auf die Auf die Treppe Auf die Leiter passen die auf Aufpassen Ah, fuck Siehst du da nix, Stefan? Haupttür Ich wünsche, dieser fehlt von oben Uah, miserabene Runde Der Chase wieder in seiner Ackere, die vorhin Die springt von oben alles auf Ich glaub einer ist Fleur jetzt Da ist Fetch, aufpassen Fetch hab ich Irgendwie geht ein Fenster auf Und andere Seite oben Fetch ist bei der Geisel Fetch ist bei der Geisel Fetch ist bei der Geisel Bei der Geisel Bei der Geisel Von mir hinter dir Ja, bei der Geisel Jawoll Uiuiuiui Im Flur, im Flur Duck dich, duck dich weg Du musst im Flur, da musst du im Flur umlaufen Im Flur Im Flur Flur ist im Flur Ne, da würde ich nicht runtergehen Leiter-Van Aber da kanns eigentlich auch chillen Das ist ganz gut Fetch Arsch Fuck Ach da Scheiße, wo kommt der denn her? Der Runde hat ja schon kack angefangen, ne? Ach, scheiße Ich hatte mir da eigentlich in den Fuß geschossen durch diese Scheiße Ich kanns noch hundertmal sagen, dass ich das war Warum? Scheiße Weil ich die Drohnen weg haben wollte, damit die nicht sehen, wo die Wo die die Wo die die Wo die die Matten liegen und sowas Boah Hat ja nicht gebracht Ah mann Kackrunde Gold 2 Ne, ich bin Gold 3 geblieben Jaa Joa Oder kurz Pause und dann weiter Ja, zweimal, zweimal die Typen reicht Ah fucky Dann geh ich nochmal ganz schnell pinkeln Jaa Gesundheit Danke Danke Aber auf eine miserable Runde von mir Jaa merkst du immerhin selbst Ach mann War ärgerlich War ärgerlich Jaa das war ärgerlich Joa fertig Aber Yacht hängt mir auch mittlerweile echt zum Halse raus ne? So oft wie wir die in letzter Zeit haben Also Ich kann nur sagen Mich ärgert Euch Vorbereitungsphasen in den Fußgeschossen zu kriegen, wenn ich kein Rekrut bin Ich würde es auch ärgern Ich würde es auch ärgern Wenn ich beim loslaufenden Headshot von hinten kriege, weil einer die Drohne die Kamera abschießen will Haben wir eigentlich das Lied im Rekrut Wenn ich darf zurück komm ich rein Haben wir eigentlich das Lied im Rekrut in der Runde gehört? Nein haben wir nicht Ja deshalb haben wir verloren Und was ich auch Was ich auch kacke finde Wenn einer einem anderen aus Spaß in den Fuß schießen will Und dann mir aus versehenden Kopf schießt Dabei Das finde ich auch nicht gut Klingt eigentlich nach ehrlich Ne ich wollte Ne 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 verdreh die Sache mal nicht Ich wollte quasi einnötig eine Headshot verpassen ne Ja Ich wollte den mehr den in den Fuß schießen Ahja Aber Man muss es so sehen Wir haben die immer souverän besiegt Und jetzt haben War es halt knapp Erstmal wir haben Wir haben Sechs Punkte geholt Und die insgesamt nur fünf In über zwei Matches Ja Wir waren die besseren Typen Boom So sieht es nämlich aus Und warum verlieren wir Viel mehr Punkte Wie wir gekriegt haben Ich habe genau das verloren Was wir bekommen haben Ne weil Sonst wäre ich wohl kaum Gold 2 Ja ich glaube das liegt daran Dass du Kupfer Handicap hast Ne es liegt doch auch daran An Wie deine Runde war Also auf der Seite Also auf Facebook habe ich gelesen Dass es so ein Multiplikator gibt Wie gut deine Runde ist Im Verhältnis zu den anderen Und bla Kicks Und halt Gegner Faktor Wie hoch die eben im Rang sind Und Und wie hoch die Linienlage war Obwohl das eigentlich niedriger war Und man hat die Runde Und man hat ziemlich tätig den Frenz gehört Oh scheiße Oh nee Entschuldigung Sind eigentlich Sind alle wieder soweit? Ja Ja Tommy Ich hatte mich halt voll aufgeregt Die Tacke Ja der eine wollte bei mir doch sterben Franzel ist immer bereit Und Tommy 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 scheinbar noch nicht Tommy darf ich Termite spielen Tommy Na darfst du Ich habe Bock auf Termite irgendwie So Termite Action Spiel doch Ok Ja der macht doch Ok 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 Ja mal nicht einfach Ok Dann spiele ich jetzt mit dem Lachsfänger Ok Hm Norbert ist Wochenende Ach morgen Morgen beginnt die EM 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 Ist morgen schon der zehnte? Ja Wie viel Uhr geht es los? 21 Uhr So spät erst? Ja Egal ich habe vier Tage Wochenende Aber scheiß drauf Vier Tage Wochenende kommt nur ein paar Mal im Jahr vor Ooooooh Ole Ole Und Das ist wahr Tomiii Scheiß drauf Bei Musiksieds ist er nur einmal im Jahr Ole Ole Und Alter Schalalalalala Tommiii Das ist er doch Da ist er Bereit? Tommiii Darf ich Termite spielen? Ja Tommiii Darf ich Termite spielen? Ja Schau mal komm ich Ich habe ein Bildschirm Naja Als ob der jetzt wieder so lange über Das nächste Mal müsst ihr anfangen zu suchen Weil bei mir überprüft er eh die ganze Zeit Und aktualisiert ihr so lange Ja überprüft ob du kein Hacker bist nach dieser Aktion da gerade Ja was Das war Das war Lack Kann ich ja auch nix spielen Ja Lack war so Semiskill und Semilack Ja Eigentlich guter Skill Der bei dir jedes Mal so überprüft ne? Bei mir gar net Ja ich verstehe das auch nicht Schack zack Boom Darf ich Termite spielen? Tommiii Klar klar Ich will mal Termite spielen Ich will mal Termite spielen Ne? Ne wie der spielt Der ist der Der kann kein Hacker sein Der kann kein Hacker sein Der kann kein Hacker sein Captain Burger Oh geil Heute ist aber auch Geisel Day ne? Heute waren richtig viele Menschen entführt Was? Wir können ja mal zur Abwechslung ne Runde Rang mit Bombe spielen Geil Ach das war kein Witz? Niko Kontrollraum Aber Wobei Ne Doch Kontrollraum Wer in der ESL spielen will der muss Bombe können auf Rang Ja ich weiß Ja ich weiß Wir haben uns auch eigentlich so oft vorgenommen locker Bombe zu spielen Aber wir spielen jetzt so wenig locker wir zocken ja meistens nur 1-2 Runden Aufwärmrunden Ist ja schon was los Ist ja noch früher als wir erstmal 2 Stunden locker aufgewärmt haben und dann ein Rangmatch gespielt haben und dann immer aufgehört haben Ja die Schüsse Und dann Ey ne das Wieso das ging ja nicht von mir aus Also also Einfach mal den anderen die Schuld in die Schuhe schieben Also also Prüde Prüde 88 Aber wenn du 2 Stunden locker spielst dann hast du keine Konzentration mehr für Rang für mich Ja ja Deshalb waren wir ja auch früher so scheiße Also ich nicht ich war gut Deshalb habe ich ja eine Statistik von 1-9 und 1-8 Ja Pasi du hast von 1-9 und 1-9 Ne du hast 1-8, 1-8 hast du Hausi Oh jetzt habe ich nur noch eine Sieg wieder Ne 1-9, 1-9 Schöße Ne bei mir steht 1-8, 1-8 Echt? Ach Scheiße Schade Hausi Schade Hausi Alles ist vorbei Alles ist vorbei Alles ist vorbei Ich mache hier die Außenwände mit Strom Ich mache dann hier auch wieder Strom Action Dazu wo Stefan zum Beispiel keinen Nerv zu hätte Naja Naja Ja doch ich könnte es legen und dann würde ich mich auch verpissen, klar Aber Jetzt mir hier die Zeit zu nehmen und dann noch zu chillen und zu hören wo der das jetzt legt Ne ich höre das ja eigentlich Oh man ey mein Drohnen aiming ist sofort Dann hole ich den mit so einem Schuss Ich schieße jetzt Ich schieße auf keine Drohnen mehr hier die Runde Sonst musst du dir das die ganze Zeit wieder anhören was äh Wie Franzi hier rum Ja hier ist noch eine drinnen Die ist ins Drohnen noch zu dir gefahren Pasi Ich habe eine geholt Ich habe eine geholt Okay Ja gut Machst du noch die Tür zu Tommi Wir brauchen noch niemals eine Weste Siehst du? Ja ich Toll Ja ich bin beim Mutful Mit Offensiv spüren Macht einer von euch Fenster hier Legt sich selber ja Fenster hier im Kontrollraum Die können die ja nur auf schießen oder? Da können die ja nicht rinkommen oder? Ja 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 Einer ist schon an meinem Strom Ja Ja Fertschot Oh Fenster Alter wie hat der mich jetzt jetzt gesehen? Keine Ahnung Er ist auf dem Dach Der Bug Fucking Fucking Bug Eine Stromladung habe ich Ach na klar Endlapshot Ja Und noch eine extra Thermospringladung Nice Ja nice Also bei Frenz ist Anna Der geht jetzt wieder raus Der ist wieder rausgesprungen Kann ich sagen wer da rinkommen sollte nochmal Der Sledges auch hier Hinter dir Ja Sledges Sauer Wie? Also hier sind mindestens drei bei mir Ich an der Fasse Sorry Woah Was denn Verdammter Captain Burger Oben sind jetzt zwei Ach der hat mich von draußen gekriegt der Wichser Durch die Füße, wa? Ja Über Strom Das ist hier durch die Tür Und durch die andere Tür auch Durch die Ja Die hab ich im Glück Blackbeard Die kommen auch durchs Fenster Ich bin ich bin ich bin ich bin Ich bin ich bin Boah Scheiße LOL War jetzt aber War jetzt aber ne ziemlich äh Was war das da für ne Aktion? Ziemliche Ziemlicher Arschtritz hier für uns Ja Bestimmt Aber wieso hab ich den gar nicht getötet? Ja die Kacke war einfach das Blackbeard Ob ich da äh das Drohnenloch da Gekriegt hat Im Flur So, was nehm ich denn? Was nehm ich denn? Was nehm ich denn? Hä? Ja Die Rundeweil War nicht so geil von uns Ne Absolut gar nicht Aber das machen wir jetzt geiler Bisschen Tango Orange und dann gehts los Gutsvorräte sind sauber Zoll oben auch Ja oben Das heißt auf jeden Fall Tower Weil Amo Weaver wohl hier waren Ok Ich lass meine Drohne mal im Ja Amo Weaver Äh du kannst nochmal gleich bei Verteidigung nochmal dass du offensiv's machst weil ich kann das offensiv gar nichts Ja ok Boah verdammt die Valkyrie was hat die für'n Dür... Bin eng der für die Drohnen Äh und Tommy nimmt mal Castle mach mal ein paar Fenster weil die meisten Räume haben ja Fenster Ja Das sind wo wir waren Ja Noch ist keiner Übergang Doch jetzt einer läuft drüber Ein Engländer ist das Nein Einer ist voll rübergelaufen Franz Hartz da hinten die Baustelle ist auch down Fenster Spray Spray raus Also pass auf da kann einer in den Hof kommen ne Ich hab zwei Störsender Wieder einen angefragt Könntest du hier aufmachen Horsi Ja ich komme Irgendwo ging ein Fenster auf Das war ich Time to bring it in here Woah Button Na neben dir Da bleibt ein Jäger draußen Ohhhh Da kann er mehr hinter mir Nein Na gut Keine Ahnung Vorhin war noch einer bei mir Was soll ich hier sagen Ja ich war da noch mal da Ich war da noch mal da Der wollte umlaufen Der wollte umlaufen Boah treff ich die nicht ne Hier vorne war was Ah Valkyrie ist da hinten Du hast pass auf den umlaufen ne Ich hab Rook Sauber Valkyrie Valkyrie Ja dann pass auf den umlaufen Im Gebäude Im anderen Gebäude Ja ich darf nur die Greise Gern mal Ja der ist bei mir hier Raus den Rassen Ja Sauber Erzertauern Ja da haben wir den Greise löten Ja hier hier ist gut Hier runter langsam Von hier oben rückt nichts nach Sauber Ja Aber auch ne Wow War auch ne schöne Angriffsrunde Dafür dass wir grad eben So Derb aufs Maul bekommen haben Haben wir das jetzt auch schön gemacht Hier Äh Tommi nimm mal bitte Kessel Sauber Jupp Und Fenster reißen die ab Welche Position Jupp Mhmmm Kartenbüro K Äh Tommi die beiden Drei Fenster in dem Raum Ne Ja Kartenbüro ist ja die Stelle Wo wir eigentlich auch spielen Das andere ist ja nur bei Bereich Sichern Wo wir oben spielen Mhmmm Also hier Tommi die beiden Fenster Ja Was ist der Fall hier Passi Äh wie soll ich Du bist doch offensichtlich Spieler Ja keine Ahnung Ich kann die auch machen Ist in Ordnung Ja mach mach Ja mach mach Bleibt alles so wie es ist Nur ich und Lukas tauschen Ich baue hier noch eine Wand Damit ich meinen Stromlachs legen kann Ja ich bin äh Ja Ja Wird gemacht Hier noch Ja sind da nur zwei Fenster ne Ne drei da ist nur eins hier neben uns Hier 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 Tommi hier hier Tommi hier Ich hab zwei Drohnen Mach schnell Fünf Sekunden Ich hab eine Drohne Das muss aber noch eine sein Zwei Drohnen Tür zu Tür zu Tür zu machen Tommi mach Tür zu hier bitte Oder bitte da bleiben Ja Mach Tür zu da Ja ich mach Tür zu Ja 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 ich bin da rein Alle drei Außenkameras sind jetzt gleich stauen Ja einfach nicht aufschießen Also aufschießen kann ja 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 die kommen schon hier rein Oh Tommi Den brauchst du nicht Tommi Oh ist egal Ja Ach du Keine Ahnung aufspringen Hinter mir Fenster bei dir Ja Fenster bei mir Ja Gleis schießt bei mir oben rum Schön Hab ich Störsender bekommen? Äh ich hab Ja ich hab Termite gekriegt Oder? Ne das war nicht Termite Ne Termite Ne Termite war es nicht Dann war es Hatcher oder so Termite jetzt da Ne Störsender Hab ich bekommen Oh aber es liegt auf mich Yes Aber bei uns trampelt auch glaub ich was Blitz 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 Ah Blackbird am Fenster Und ich kipp hier die ganze Zeit Und denk mir so Was? Am Fenster? Ja an dem Geradeaus von dir Ja 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 der ist mal immer da Hey Lukas du kannst unten in der Gerade Du kannst hier nur umlaufen den Blackbird Pommi du kannst äh Stellungswechsel machen Ja pass auf dem Fenster auf Ich hab Blitz Okay Blitz ist down Ich kann jetzt aber nicht umlaufen Naja das weiß ich nicht Ach fuck Ich muss aber auch da bleiben War das? Ja Blackbird hängt immer noch am Fenster Zeig dich nicht Ja Na probier es einfach Geh runter An welchem Fenster denn An welcher Front? An welcher Seite? Ja geradeaus Geradeaus Sauber Und da Genau da Und dann noch zweimal rechts Äh zwei links Zwei links Jetzt da aus Danke Und einen hatte ich gedroht Lukas war Ja ja das vertürmert Ja sauber Das war gut Ich hab ihn Ja Da ist Stefan Lixchen Von der Haupttür glaub ich oder? Geh mal erst ne Kamera raus Tommi Von wen raus? Ja Ja Ah Stefan du kannst auch von dir aus gesehen Die gegenüberliegende Ecke gehen Wenn du magst Und wir haben die Kamera auf die Geise drauf Ich hab noch die Kamera vor der Tür Die normale Bei so nem Drohnen Ich hör den Ja genau da kannst du hingehen Ja Ah ne das bist du Wenn ich die Weltkriege kann man das nicht lieber Der rote Räumer Bleib da liegen Bleib da liegen Genau Bleib da liegen Ich seh ihn ja wenn er hier versucht zu kommen Wo bist du wieder? Ich kann auch nicht sehen wenn er jetzt die Küche kommt In ihrem Nebenraum Im Nebenraum Ok Ok Ah ok Der Fehler probiert zu tramiten Der Fehler war ich sich vorhin schon mal geschwört Er flasht rein Stefan bleib da liegen Der kommt aus der Küche Er bleibt da liegen erstmal Er musste sich zu Geise drauf liegen Ich sag dir Bescheid Ja er flasht nochmal Ja ich hab die Treppe vor dem Auge Der kommt bei dir wie war Ja 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 Sauber Sauber Beim Definitivspielen Beim Definitivspielen Beim Definitivspielen Ja gut aber Blackbeard ist da auch Da hab ich auch Da hast du immer Probleme mit Ja Mit dem Z4 Und wenn wir Bootsräume gehen ne Da kann ich aber nicht Definitivspielen Da hab ich überhaupt keinen Pile wo ich hin soll Jo Kein Schuss Wenn wir Bootsvorräte gehen müssen wir auf jeden Fall an die Die Falltür am Klo Ding Weißt du das? Ja Sind die nämlich letztens runter gekommen Nein fällt meine Drohne runter Lol Bootsvorräte sind sauber Ne Fällt nicht runter Ich glaub die sind da wo sie eben waren Ja Ja oben Tower Ich glaub die sind wieder oben Ja Rundtower Ja Franz dann passt diesmal auf dem Laufen erstmal Stellt einer ne Drohne in den Flur Ja ich bin auf dem Weg dahin Na wenn wir noch eine hätten Aber Haben wir doch Ja passt die ist ja unterwegs Frostmatter Frostmatter direkt neben der Tür Ja Das Problem ist halt jetzt Ich weiß nicht ob wir das jetzt Ob ich genau so angreifen kann wie eben Ich glaub nicht dass das funktioniert Ja aber vielleicht Mal gucken ob die nochmal umlaufen wollen Und dann ähm Äh denk an die Kamera Einfach Hat er Hat er Hat nicht meine Gelern geschlossen ne Hat nicht meine Gelern geschlossen ne Und wieder nicht dass die Rose sprayen mal wieder Naja Ja oben ist auf Die haben es drauf geworfen Wow Smoke alter Direkt zu mir Ha Stark Haken Äh da ist ja wenn wir Vorsicht einer ist oben Tower oben Der ist down Also da ist einer down Aber der ist jetzt drin Haben wir rein? Sauber Ok Der ist hier drin? Ja genau der liegt da Pass auf das da jetzt Ja Sind zwei in der Treppe Wetschert hab ich schon Hab schon dran gemacht ne Ja ja Tommy hast du da unten den Blick Haken Haken Pass auf das die über die Tür nicht kommen ne Ja ja Da pass ich halt Hier gerade auf Gucken wir mal hier Einer will umlaufen hab ich Rook war das der down war Nur Zwei stück Komm das müssen wir uns jetzt holen Ich komm jetzt rechts Ich lebe zu dem hier umlaufen Einen hab ich der nicht umlaufen wollte Aber ich geh jetzt mal Ich greif jetzt an Wow C4 hab ich jetzt zerschossen Wo waren die Stefan? Nebenraum und Ah ich hab nur einen im Nebenraum gesehen Hättest hier viel geschmissen Weiß nicht wo der andere liegt Hätt grad irgendjemand was aufgemacht oder nicht? Ja ja das ist Franz an der Wand So im Laufen macht keiner mehr glaub ich Wo Stefan? Wo drin? Wo drin? Ich hab einen im Flur Okay Nebenraum Da Einfach die Geise genau Hau ab 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 Durch den Nebenraum Ist er dann in den Flur gegangen Weil der 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 C4 auf mich geschmissen hatte Ähm Ja mach ich offensiv ne? Äh Was muss ich denn vermuten jetzt? Lukas hier? Garagentor Okay Wer macht da bitte auch ganz schnell Dinger hin Weil ich muss da whack Whack Pass auf was du whack Ich geh dann wieder ins Ich muss whack Whack Jo Ah da macht jeder eine Band Allein 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 Pasi machst du dann nicht? Zwei Falltüren hier auch oder was? Ne mach Franzi Du machst auf alle Wände genau Ja dann mach ich noch die Falltüren Ja ich mach unten meine beiden und bin dann weg Ja dann mach ich noch eine da Ja dann mach ich noch eine da Herr Stefan möchte die eine Falltür auch Nee du brauchst doch beide Falltüren Du brauchst noch zwei Falltüren Du brauchst noch zwei Falltüren Franzi Hallo 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 Franzi du brauchst noch zwei Falltüren Hi Wie ich brauch die zwei Seit wann machen wir zwei hier? Hat doch Stefan gerade gefragt Stefan drum gebeten Ja bei Badezimmern da sind die nämlich letztens Rat mir doch ein Lachs ne Also die letztens runtergekommen und haben uns dann von da aus geholt Aber vielleicht macht die EM Livestream hier in die Radios Wie war Soll das ein Argument sein nicht Fußball gucken zu gehen? Ja keine Ahnung dann stehe ich in den Raum mit dem Radio Tür und zu Optimaler Vorschlag Ich mach Kameras Habt ihr die Tür hinten auch zu? Ja ok Zwei Außenkameras schon down Baustelle und Floß Hier fehlt ne Wand Steg meine ich Da hieß eine Falsch Die Tür hier ist schon offen Bei uns Die normale Tür Da wo genau die Die ist schon offen Die ist schon offen Ja da kommen zwei Stück Ja die kommen jetzt rein Blackbeard und Ja Blackbeard geht raus Der einer kommt jetzt um die Eck Sauber Hosi Ah du Muschi Glass ist Der guckt grad zum Guck der wieder in den Raum selbst Jetzt kommt der zur Tür Ne der geht hinter das Boot Jetzt ist der ganz rechts in der Ecke von dir aus gesehen Habt ihr ihn angefuckt? Auf jeden Fall Aber der ist jetzt ganz links in der Ecke Hey Mia gehts auf hier? Du hast ihn down Oh fuck Wie ist denn der drin gekommen ey? Okay Stefan dann machst du Kameras ne? Blackbeard Ja Blackbeard ist im Gang unten Ach der wieder zu Ja bei mir Bei mir kommen auch ganz viele Bei mir alle jagen mich gerade hier Der ist wieder zu Hab ich dir was? Hab ich dir nicht gehört? Ja Ja aber ganz am Anfang haben die sofort Weil ich hab mich gefragt Ist die offen? Ist die geschlossen? Blackbeard ist in der Unten im Übergang Hat einer die Kamera zerschossen? Ja bestimmt Blackbeard Ich weiß nicht ob der hochgegangen ist Ne Drohne steht irgendwo auf der Treppe Oh nein Die sprengen oben die Decke glaube ich auch oder? Blackbeard ist noch bei euch Der hat aufgesprengt Blackbeard hat die seiten Tür aufgesprengt Ja da da aufgesprengt Naja Der steht jetzt davor Ich glaube ich lange genug aufgehalten Obwach So Blackbeard Nicht gierig werden Falls du irgendwas hast Ja Und bei ihm ein bisschen zu verzielen Er hockt jetzt und guckt wieder rein Ja Checkt jetzt ab Jetzt geht er Jetzt geht er zur anderen Jetzt macht er die nächste Wand auf die offenes bei Viva Genau Super Hahaha Danke euch Ich krieg ne Nachricht Danke Stefan Neben dir kann das sein? Bei mir ist da die Tür auf? Die haben wir zugemacht die Außentür Ja ich hab die wieder zugemacht Da sind auch genügend Kameras Pasi Ja ich guck grad schon durch Achso ja da Der hat bestimmt meine Killcam gesehen Der weiß jetzt dass ich hier liege Eigentlich müsste ich Positionswechsel machen Ja wenns dann hast Ach komm sagst du komm in die Gastronomie Stefan äh Franze bist du in Kameras? Ich bin auch in Kameras Ja Lass die anderen das machen Ich bin Ich hab jetzt die Flur Kamera Ich weiß nicht wer die andere hat Wir haben auf jeden Fall keinen Termite Das ist schon mal sehr gut zu wissen Links von Tommy habe ich die Kamera Ja das würde ich die mehr brauchen Flur kommt einer runter Flur Lukas kommt gleich hinter der Tür Ist jetzt Ja an der Wand Schieß wir an die Wand Fast tot Fast tot Du hast das kaputt gemacht Der ist jetzt halt nicht ruhig vorbei gegangen Tommi bei dir ist Lukas Tür Ja genau Tommi bei dir Ich hab beide markiert einmal Oh Seine Harte Ich hab beide markiert einmal Fuck Tommi bei dir ist Tommi bei dir drin Tommi bei dir drin Hinterm Boot Ja ich hab den gut gefragt 10 Sekunden auf 10 Sekunden Auschillen Auschillen Ganz ruhig Wir müssen den nicht schulen Wir müssen den nicht schulen What? Aber wenn der geholt werden will, dann hole ich den. In der letzten Sekunde. Das war wirklich die letzte Sekunde. Ah, sehr schöne Verteidigungsrunde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gegen die Typen möchte ich auf einer anderen Map eventuell auch nicht spielen. Ne, war noch nervig. Gegen die Russen da oder was das waren? Die waren auf Bank und nicht so doll. Mach immer keinen Rang. Für wieviel muss er noch spielen? Ich glaub zwei. Okay. Noch zwei? Boah, ich hab voll wenig Punkte bekommen. Ich hab erst mal raus. Ja, ich auch. Erst mal raus und kurz warten oder? Ja. Ich geh auch kurz auf Klo. Ich hab auch richtig wenig Punkte bekommen. Aber egal. Ich spiel gerade mal wieder Gold 3. Wenn ich mich nicht melde, könnt ihr trotzdem Start-Team gehen. Ich seh alles auf dem Backon. dey prisoners. B356-Gody nicht mehr. Also, ich license den FC Senf Kerl schon mal wieder找en. Wie funktioniert das? Woh! 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 Tommy? Tommy? Hallo! Hallo, Lüü! Ich muss sagen, ich bin froh, wenn wieder einer von den beiden, Daniel und Erik da ist, die Mute-Defensiv spielen. Das ist auch nicht so meins. Komi, kannst du Mute spielen oder spielst du ungern? Ich kann es versuchen. Nee, musst du nicht. Alles gut. Ich kann es versuchen. Falsche Antwort. Am nächsten Trainingsmatch mache ich dann. Ja, Mute kommt eigentlich auf sofort keinen anderen Operator hin, ne? Also man kann Smoke mit Pumpgun spielen. Ach, Mute ist einfach... Ich hab da auch gute Runden mit Mute, ne? Aber ich find Mute so... Obwohl, warte mal, wollen wir mal was ausprobieren. Hallo. 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 Können wir loslegen? Nee, Moment. Na und, Lukas, hast du dir schon die neuen Mützen gekauft hier, die neuen Kopfbedeckung? Der Erste Weltkrieg da? Hm. Ja, nee, nee. Du hast keine deutsche Ball. Hast du ja schon rot, aber rot. Starte. Sekunde, 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 Sekunde. Ja, starte mal jemand anders bei mir. Muss der hier wieder so lange zu lesieren. Ja. Ganz Mann, das ist ja ganz gut geklappt. Okay. Sucht. Pfff. Sucht. Pfff. Oh, da ist ein Wurm und ein Lass krachen. Lass krachen. Pff. Pff. Sj Puerto. Dann wäre der cool. Er wäre der Leistia. Ja, dafür ist nicht so cool. Der Lachs kracher. Dann wäre der cool. Der Lachs kracher. Ja. Ist der letzte Chip gerade wieder raus gegangen? das ist unsere Map das ist unsere Map Herr Tommi, wieder kannst du Klammer nehmen dass ich mich mit ihm treffen will Wollte, wieder Klammer nehmen naja wie du willst naja na 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 was krachen ich kann, ich kann, sauziefern ich kann, ich kann wir haben ein paar zwei Platinen wenn die Weinkiller sind wenn die Weinkiller sind hätte ich gerne einen der mit mir durch die hintere Garage geht ja, mach ich mit dir mein Hasi mach ich mit dir mein Hasi mein Hasi pupsi schatzi bratzi ah der Kiff Spandauer das ist einfach so alles deutscher Cousin deutscher Cousin 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 sag einfach den schönen alten deutschen Begriff Vetter deutscher Vetter das ist seine Freundin da mit Penis du? das bist doch du eigentlich ja haben wir doch geklärt dass ihr zusammen seid ja ne der hat ja ne neue ach der hat dich sitzen lassen und dann zockste hier mit uns in seiner schweren emotionalen Phase das finde ich jetzt echt witzig wenn der wirklich hier bei mir aus der Nähe ist ja dann schreibt sie mal und sag sie mir mal zu Freundchen ich kenne ja jemand den Schattenfuchs wir brauchen noch einen äh die Küche Schneefahrer hat Küche Küche ja also Kalle ist green ja dann geh ich doch mal von Oben rein von Oben in die Katastrophe hm Vierten hab ich noch nicht gesehen Tommi du machst Ex mit Lukas ne immer Lukas halten bitte ah ok die haben nix haben alle die haben nix die haben ziemlich viel Stacheldraht alter bei mir hängt meine Drohne die ganze Zeit hier so ich kühle auch fest irgendwo ich glaube wenn wir die jetzt wenn wir die jetzt besiegen bräuchte nicht anstreben den Typen meinst du macht der da oh spray er sprayt einer raus bei mir von wo denn? oben na das ist dieses über der Küche ja hat mir 37 abgezogen ok wissen wir schon mal mit was für Leuten wir es zu tun haben ja die verraten sich auch immer gleich ne ist glaube ich noch da oben ah ich kann mich ja mal hinstellen mit mir im Schild und nochmal schießt ne nischt Franz macht das schon da oben ich wollte jetzt hier in den Raum er hat meine Drohne kaputt gemacht das Schwein ah fuck du kannst jetzt unten und soll ich bleiben mal in der Drohne äh da guckt direkt einer zum Fenster der lasst krachen ist das und einer spielt mit äh Pumpgun wahrscheinlich ich hab da grad nen Laser gesehen stein springen treff ich den dann ja ich weiß nicht ob wir hier sehr gut vorankommen ja das machst du das? ja ich weiß ja hey wo ist das hier bei der Reise? ich sehe nix hat jemand von euch Badezimmer aufgemacht? ja ich war da ich bin da reingegangen ok Franz wir müssen ja in den Raum weiter Franz wir müssen ja in den Raum weiter Franz wir sind weg da ich muss mal runter kurz wer ist aus? ah nein im Keller ah im Keller ja ich glaub ich hab da was gesehen in der Treppe ja wir müssen ein bisschen Dampf machen ne? ja ja werft da mal ne Flash hin Tommy ja da kann er im Keller sein der nach oben macht die Tür ja 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 ist post wo ich hier links in dem Raum ist auch noch einer ja Tommy hinter dir hinter dir ja 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 sorry der ist kack wir sind wow wir sind noch mal ne Blankgranate C4 scheiße C4 oh shit ich glaub mir kann man im Raum bleiben oh fucky und wo? ey wie kacke war das? in unserem Schlüssel ah die wakische generell runtersprings rechts also ja genau im Raum alter 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 warum wechselt der nicht auf Pistole oh das ist schlecht ey ne gekriegt alter warum hat der ich hab auf Y gedrückt der hat nicht auf Pistole gewechselt ey das war's denn für'n Scheiß ja das ist ja das ist down Küche oder Esszimmer halt ah scheiße war halt auf einmal bei jedem Scheiß gelaufen da auf jeden Fall mit dieser Valkyrie ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht wie ich die Position angreifen soll das Zimmer da blockiert ist wenn da einer halt fest aufs Fenster guckt dann weiß ich schon gar nicht weiß ich gar nicht weiter bei der Map also bei der Position eben Kaffeln ja ja dann kannst du ruhig kasseln ja 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 ähm ja es gibt drei Fenster also das große Fenster und äh zwei im Badenzimmer ne 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 es gibt drei Fenster also es gibt äh ah ne beziehungsweise zwei Fenster und eine Tür gibt es also die Tür draußen auf dem Doppelbappon ähh lass die Tür am Anfang offen weil ich schmeiß da eine Kamera raus Tommi sobald die Zeit an ist ne Tommi die beiden Sachen aber die Tür noch auflassen ne die so quasi auf dem Veranda ne 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 ich mach ja hier eigentlich äh äh bereitet euch da jetzt vor dass ihr dann auch direkt zu machen könnt wenn ihr da äh wenn ihr da werft ja 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 Tommi geh da schon mal hin kommst du? äh Tommi mach mach die Wand später mach die Wand macht die Wand später ja mach die Scheiß doppelt Tür zu Hals wir noch Scheiße Scheiße ja wow genau das sollte eigentlich nicht passieren die sahen sich da hoch ah Blackbeard da mach ich nix Blackbeard ist an der östlichen Seite da weg weg da überall weg da ja wir laufen müssen die auch naja Ja, die schneiden wir da, ja. Der war auch zu langsam am Anfang. Der ist hoch. Habe ihn. Ich weiß nicht, ob ich das kann, dich zu heilen. Ne, da kommt jetzt was. Links von dir war ein Seil. Boah, die gibt mir auch sofort einen Headshot, ey. Ja, das war scheiße da mit der Tür. Ja, das war echt scheiße. Das wissen wir, was wir nicht mehr machen. Wir können uns jetzt hier nicht so von vier Typen so in den Arsch treten lassen. Was ist denn los? Egal, wir nehmen die beiden Skala. Ja, aber die zwei scheinen zu reichen, auswärtig zu machen. Ja. Ja, wir drehen den Spieß jetzt so. Ja. Ja. Wie wär's damit? Sehr gut. Ich hab bestimmt Garage oder so. Ja, klar. Genau. Ja. Na, Tobi, dann kommst du mit mir und Lukas mit, ne? Jo. Boah, er trifft sofort die Drohne, ey. Na, ich glaub, die Umlaufposition ist nicht so wichtig. Ich glaub, die campen die mal beim Jetski da unten dann. Also, weißt du, da gibt's auch ne Treppe dann noch. Kannst du ja hier direkt aufmachen. Ah doch, die haben einen Blitz. Ja, Strom, ja. Ist da nur an einer? Ne, warte mal. Ich fahr mal kurz mit der Drohne hin, ob der da direkt... Da ist einer. Ja, der steht da direkt vor. Hör auf, Tobi, du machst dich doch kaputt dann. Here we go, stay back. Ja, er hat da seinen zweiten gelegt. Warte, 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 warte. Jetzt hat er zwei gelegt, jetzt hat er gerade zwei. Jetzt hat er einen weggenommen. Eins hab ich. Jetzt ist der zweite kaputt. Warte, 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 nicht, 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 nicht. Er legt, er legt wieder. Ja, er legt, weg, weg jetzt, ist er weg. Scheiße, versorgt. Ja, warte, dann lass mich von oben rein. Bleibt da stehen, bleibt da stehen. Ja. Schlägt irgendjemand, ah, das bist du, ne? Täusch mal an. Täusch mal nur, äh, kann, wobei, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Hast du eingestellt, dass du abbrechen kannst? Mit, äh, also RB und dann X gedrückt halten? Ja, 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 ja. Gut, dann, dann täusch an und zieh dann halt irgendwann zurück. Alter, echt. Na ja, kannst du vergessen. Ich hab den mega angefragt und der hat nichts verloren. Ja, na klar. Was für ein Scheiß ist das denn jetzt wieder? Ja. Ja, ist Strom wieder. Geh weg. Ja, vergiss, es geht woanders lang. Oder probiert nochmal, Tommi. Ja, kein mehr. Ach, sch. Ich bin jetzt hinter dir, Stefan. Ah, das war Frosty, hab ich eben gesehen. Ach, wie lachsig, ey. Hab den Wurm. Mal umlaufen, weiß ich nicht. Pass auf, das... ...Boss macht der Tommi. Ja. Einer noch. Äh, Stefan wird zu. Ne, der macht doch zu zweit, oder? Ja, der ist da hinten. Äh, Stefan, da renn du gar nicht zu. Tommi und Heidi nochmal. Weil wir nur 1,30 Zeit. Andere... Ah, ok. Ich mach das schon. Ah, das ist schon da. Pass, pass doch mal auf. Frostmachten auf. Ja. Da war ganz hinten aufpassen, Stefan. Da war ganz hinten. Ok. Muss man von beiden Seiten kommen. An der anderen Seite. Ah, Stefan hättest noch auswarten müssen, bis die hinten sind. Tommi, geh du die andere Treppe runter. Geh du, andere Seite. Reiten die. Wo war der denn? Warte, warte, warte. Tommi runter. Nein, 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 hinter dir. Nein, nein, nein. Wo gehst du lang? Treppe runter. Da, ja. Da, und jetzt schieße ein bisschen gegen die Tür. Aber du musst ja erst bis zur Tür noch gehen. Bis zur Tür noch gehen. Der ist da drin, der ist da drin. Schwarzes Auge rum. Ja, und schieße weiter. Tommi, schieße weiter. Ja, genau. Ah. Boah, kotzt nämlich an. War ein Lucky-Shirt? Ja. Ja, ich hab den da hinlaufen sehen und dann halt Lucky durch die Wand. Also offensiv bringt irgendwie auch nichts. Mal gucken, wir sehen wie offensiv ist. Und Mute bringt bei denen sie auch grad gar nichts. Wo gehen wir denn hin? Ja, auch mein Keller? Auch Küche? Küche, ja. Lass mal Küche machen. Ah, da brauche ich keinen Mute. Ja. Will ich Wook nehmen? Ja, ich ne Wook. Ich mach dann die eine Falt hier und eine Wand hier unten. Ja. Passt auf, zeigt euch da nicht am Fenster. Ja, gar nicht. Wir gehen da bestimmt mit... Also der Blackbeard-Typ geht da bestimmt hin und der snackt euch sofort weg, wenn ihr euch hier in der Küche zeigt. Ja, ja, ja. Gutes Aiming haben sie nämlich. Küche verriegeln. Genau. Küche verriegeln und außerhalb der Küche einfach hin. Genau, genau. Und die Wand auch, die Doppeltür auch zumachen. Aber er kann halt aufschießen, ihr müsst euch halt nur in einem Sichtfeld verstecken. Warte Tommy. Ja. Ich mach dir ja auch zu. Wo liegen wessen? Ah, scheiße. Ah, da kommen wir nicht mal rein. Da kommen wir nicht mal rein. Oh, nee. Die drohen den Raum, äh, neben der Küche aus. Ja, das kann eben Raum, ne? Ja. Ja, ist ja auch egal. Das ist ja egal. Äh, die... kommen jetzt da rein, wo du bist, Franzi. Vorsicht, die machen das Fenster auf. Da drohen... Die hat sich wahrscheinlich schon gesehen. So, konzentriere dich nicht zu sehr auf die Drohne. Warte, ich probier mal über... ...über aufzumachen. Ah, das ist die Küche. Oh, scheiße. Wie, wo trifft der mich? Ja, der liegt sich auch in der Ecke irgendwo. Oh. Ja, Blackbeard geht da jetzt gleich ran. Da schlägt der jetzt gleich auf. Ja, die Drohne... ...weinen. Der konnte mich... ...ehen. Bedrohen vielleicht. Der Termite. Nee, der... ...keine Durchschüsswand. Ich hab's schon gesehen. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. die haben gefäschert wie der wusste man ja nicht gefäschert aber die wand da ist noch strom drauf soviel ich das sehe ja war ich auch so wieso wusste der das auch mega angefragt ok er ist komplett in den flirr er hat noch mehr aus der doppelkirche muss irgendwo und er stirbt wieder den trein drei stück sind rein wir den flirn die geisel an der kisch oder im flur Die Flö ist gar nix. Die Flö ist nix. Ah, Mann. Die kriegt mich immer so im Vorbeiziehen. Hedge-Shop, der Typ, ey. Ja. Cheater. Töte die einfach nicht mehr. Habe wieder nur angefragt. Mach mal, immer die sind als krachenfrackig an. Immer. Immer das Termite? Ne, ne? Nein, Ash ist das defekt. Ash und Blackbeard sind die zwei Typen. Gehen bestimmt wieder Keller. Ja. Oh, scheiße. Dann hätte ich besser Sledge geholt wegen den Frack-Granaten. Tragisch. Ja, Keller. Stefan, mach mal kurz gut Laune Musik an und dann los. Das letzte war noch mal das letzte Mal bei Bakery. Und dann eher mit durch die hintere Garage. Das war jetzt vorhin die Runde an. Ja, ich komme. Ja, ich komme. Ja, vielleicht... Also Tommy und ich können halt sie auf jeden Fall ablenken. Und dann könnt ihr vielleicht hinten richtig Terz machen. Ja, mach mal kurz zu, ja. Oh, das ist schwer. Also wir probieren jetzt hier einfach mal wieder, aber... Jo. Vielleicht rechnen. Ja, Pfand draußen. Pfand draußen. Ah, jetzt werden sie kingen. Ah, der hatte vielleicht eine Frostmatte draußen gelegt. Also aufpassen. Hat er mal mit aufmachen. Ach so. Hab schon gedrückt, was du gesagt hast. Naja, ich will nur nochmal vordrohen. Ja, vorhin haben sie hier zugemacht. Diesmal haben sie offen gelassen. Hier ist eine Valkyrie-Kamera. Hier ist eine Kamera. Ich mach die hier weg. Ja, der steht da mit Strom. Ja. Na klar. Gut, also der Gang ist bis vorne sauber. Geh da auf jeden Fall nochmal hin und deute an. Lass die Drohne erstmal zur Treppe hochstehen. Oh, hinter... Du hast von nicht richtig gedroht. Da war einer hinter mir. Oh, wo war die denn? Ah, fuck. Ja, ich hab jetzt schon verkauft, weil ich hab bis jetzt schon nur eins zerstört. Ja, es liegen da zwei. Eigentlich. Ich weiß nicht, wo die waren. In dem kleinen Nebenraum vielleicht. Habt ihr abgelenkt drinnen. Ihr könnt jetzt. Ja, das kann sein. Das sind die Ummeuung. Oder? Der steht da immer noch. Ja, der steht da noch. Ja, Franzi muss runter. Sonst knickt ein Jäger. Warte darf nicht. Boah, jetzt hab ich einen Schocktrotze stört. Ich hält. Jetzt, 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 jetzt. Sauer. Ja. Nur Bandit muss da sein. Oh, Franzi ey. Oh, Franzi. Oh, Franzi. Oh. Sauer. Nein. Oh, shit. Oh, das kann nicht sein. Wir sind da wieder von zwei Seiten rein. Ja. Das ist nur Bandit noch, ne? Ja. Sind wir schon mal angefragt? Wir haben ja schon mal angefragt. Ja. Da passiert. Entweder war der vielleicht im kleinen Nebenraum. Ja. Ja, im kleinen Nebenraum war der. Oder direkt im Gang. In der Ecke. Ja. Wo ich nicht. Ja. 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 Tom, die andere Seite musst du. Ja. Ja. Oh, da macht er die Wand auf. Ich glaub, wir haben keine Ladung mehr. Ey, das ist ne Kamera. Links von dir. Von mir? Ja, oben an der Decke. Über der Tür. Ja, Tommi. Nein, nein, nein. Da. Links. Links. Runter. Und wieder auf die Tür ballern. Na gut. Dein Nebenraum. Baller durch. Einfach durch. Lukas, du kommst dann. Nein. Nebenraum. Der kleine Nebenraum. Da. 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 Nein. Gerade nein. Der Raum in dem Raum. Ist hier. Geradeaus. Genau geradeaus. Die Wand. Genau. Ja, genau. Ah, der ist immer noch im Raum. Ja. Ah, f*** dich, ey. Ah, f*** dich, ey. Friendly Mission successful. Wo kam die her, Stefan? Da vorne. Ich weiß es nicht. Also entweder... War die wirklich... Ja, entweder da oder die... Ich bin ja gerade direkt durchgefahren. Durch die Tür. Dass die entweder links oder rechts in der Ecke gesessen hat. Das sieht man wahrscheinlich auch nicht. Also... Etwa... Oh Mann, ey. Was darfst du denn in die Kacke raus? Ja. Okay, die einfach nicht. Ah, oder ich spiel mit. Mit Schottie. Hö. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommen von irgendwo deine Schrottse eher. Ja, klar. Die Garage müssen wir auch mit im Blick behalten, denk ich mal. Ja. Wunder. Achtung. Halt. 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 Ja, ich mach meine... Ich mach meine Wände hier. noch wer raus also ich bin richtig ja die sind jetzt an meinem strom die machen garage auf welche bei euch oder bei mir ja unsere wir haben jetzt angefragt na fuck scheiße der kommt als du steht habe ich mich genau in die falsche ecke gestellt scheiße ach dann droht er doch noch tatsächlich vor passi da links durch die tür hat er mich gut wäre ich meine andere ecke gegangen bei mir auch geräusch aber ganze water gott gedroht ich wurde gerade gedroht aus der garage raus da ist gerade eine drohne runter gesprungen die treppe pass auf stefan ja die clean jetzt alles also die versuchen jetzt schon einige räume auszuschließen um zu gucken ob die direkt stürmen können so einer droht immer noch da bei dir stefan jetzt ist er glaube ich raus aus der drohne da kommt direkt die nächste oh shit kommt jetzt glaube ich von der treppe ja treppe kommt einer der kommt jetzt langsam vor jetzt du hast es ja am blick sag mir mal wenn da noch sie noch was bewegt dann bleibe ich jetzt mal sitzen ja 40 sekunden noch ja passi geh mal lieber vor mit wenn du jetzt auch mit die bei homie mehr hoch machen 18 sekunden noch noch mal zeit noch mal zeit noch mal zeit ja der kommt der kam zu mir next noch aber ich hab den mega angefragt wie der was soll ich tun zieh dich zurück weil er geil will sauber tommy einer noch sauber alter mit auch ein krach hier das war richtig wichtig dass du den geholt hast das war richtig wichtig ja ja oh man oh man pfff oh verteidigen in der verlängerung manchmal hab ich auch ein lockshot so also wo gehen wir denn eigentlich hin eigentlich verteidigung hat eigentlich gar nichts gut geklappt bisher brauchen wir vielleicht mal ein bisschen mehr Leben was machen wir am besten eigentlich noch ja gut da haben wir immer einen punkt geholt ne also hat's am besten funktioniert ja was ist denn grad los ich geh nicht auf die kette gegen die da jetzt hab ich mehr leben jetzt jetzt wird's besser fuck headshots na klar das wäre mir auch egal dafür hab ich grad viel zeit raus geholt denkste dran noch deine westen zu legen passiv ja ja ich weiß was wichtigste haben erledigt ja 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 darauf habe ich nicht mal geachtet was man macht man auch weiter kann ich hab nur gesehen ah blau viel leben ja 10 seconds hehehe und und zwei drohen ähm passiv hast du so Stacheldraht bei dir? wir müssen hier eigentlich noch ziemlich viel zu machen oh esser ja hab alles weg na gut äh leg ich denn das rum schon mal pfff 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 ich mach rechts ich mach rechts ach ich hab nix mehr ich hab nix mehr ich hab nix mehr ja hat der mich grad echt geflasht? na fuck ich krieg das nicht auf Vorsicht der kriegt das auf ich krieg das nicht verhindert boah das riskant tommy das ist eigentlich auch ne gute idee einfach ne flash rein werfen wenn die das da unten machen wenn die das da unten machen ne aber du siehst halt nicht genau was also du siehst halt nicht was du machst deshalb machen die da glaube ich die ganze zeit avs und strom zusammen damit die man die avs die blend abfängt hier ist irgendwo ne drohne ja wie gesagt hier hinten haben sie wieder gedrohnt ich hab den drin ich hab den drin ich hab den drin ist fast down nice dein huhrensohn ist schon mal down eine drohne hab ich noch gekillt hab nicht mehr verlieben komm jetzt hören wir uns das hier ganz locker ja 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 die drohnen haben sich schon mal gedrohnt hier bei mir hinten man die scheiß drohne geht mir auf den sack raus raus hoch ab rein rein runter raus raus sich rum raus raus links wieder ab Bei mir ist einer. Gleiche Position wie eben, Stefan. Naja, hier einer. Oh, Handgranate. Ja, Pasti kommt dir zur Hilfe. Ja, Drohnen. Ja, aber der hat mich gesehen, ein bisschen abgelenkt, ich schreibe ein bisschen weg. 30 Sekunden noch. Ja, die müsste jetzt angreifen. Ja, aber über den Heizsensor sehe ich ihn nicht mehr. Sauber. Tommy, ich bin jetzt hier bei dir. Ich sehe was oben. Das bin ich, wahrscheinlich. Ich habe Garage im Blick. Haben wir so geschossen, nicht wundern. Jetzt oben, ne? Ja, so. Nee, wir haben nur so geschossen. Nee? Okay. Sauber. Das war eine schöne Verteidigungsrunde gerade. Ja. Ich habe einen Kill. Ich habe einen Kill. Ich habe einen Kill. Jetzt haben wir es sogar in der Hand hier. Ich habe einen Kill. Ich spiele mal was anderes. Obwohl, nee. Gegen die ist aufgeregt. Ich bin die, wo wir uns wissen. Nee, nee, nee. Ich mache IQ. Jetzt ist die Frage, ob die Küche geht. Äh, warte mal. Ich nehme Twitch. Ich nehme Twitch. Genau, dann kann ich da reinfahren nochmal. Ja, das ist auch stark. Ja. Das ist stark. Oh, vor allem nicht gerade über den Kill. Ohohoho. Tut mir leid. Komm, jetzt. Wir können uns gleich noch mehr freuen, wenn wir die Runde hier holen. Ich bin gleich am Anfang erklärend. Ich gebe einen Kasten aus, ne? Weißt du Bescheid? Auf Chalet? Ich kenne mich aus. Mit Platin-Leuten? Ich kenne mich. Nee, ich glaube, bei Lukas hat die schon fünf oder so. Ich glaube, bald habe ich eine Palette voll. Dann schicke ich eine Palette. Küche. Ich habe mir gedacht, das war die Runde, die die gewonnen haben. Dann müssen wir auch, ich weiß nicht, ob man von zwei Seiten kommt, vom Kaminraum und vom, also von der Lokierung oder vom... Ja, das Problem ist halt, wenn dieser Nebenraum da von der Küche da, wenn der schon blockiert ist, dann weiß ich schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Na, vor der anderen Seite habe ich über die andere Seite gekommen, über diese, über diese, ich weiß nicht, wie das da hier ist. Das Problem gibt nicht eine Lösung, ne? Wir können einfach oben dann... Ich würde sagen, wir gehen trotzdem, weil ich Twitch habe durch den Keller. Tommy, wir könnten oben einfach die Fight hier aufmachen. Ja, machen wir dann. Ja, dann haben wir dann, haben wir einen alternativen Weg. Jo. Oh, passiv, wo willst du langen? Erstmal ausdrehen und dann andere Richtung. Ich will hier vorne, direkt, ein Lenker. Genau, genau. Ich würde sagen. Oben, Schlafzimmer ist offen. Franze, bist du überhaupt eigentlich noch da? Ich höre dich gar nicht mehr. Du hast jetzt andauernd commuted die ganze Runde vorhin? Scheint fast so gewesen zu sein, ne? Darum haben wir gewonnen. Ah, geil. Hier ist einer drin, Tommy, hier in dem Raum. Ich will, ich will keiner durchspoilen. Bisschen, achso. Der, der bewegt sich aber die ganze Zeit. Aktuell steht der hier. Ja, der hat meine Drohne. Ey, ich kann ja mal durch, Stefan. Ich hab leider nicht da reingesprayt, von der Seite schon mal. Also in der hinteren Raum ist keiner mehr. In der Küche. Im hinteren Raum ist keiner mehr in dem Raum. Nee, doch klar. Frost ist wieder reingegangen. Frost ist wieder vorgegangen. Bei der Geisel ist Frost. Egal. Also Tommy, du könntest hochkommen und die Fight hier aufmachen. Ja, aber vorsichtig, Tommy, ne? Stopp ist auf unwähl, Kellertreppe, ne? Zauber, Franzi. Frost könnte ich hier vielleicht mit äh, Ballkirar angefragt. Ich passe hier hinter dir. Ich passe hier hinter dir. Das ist ja sauber. Boah, jetzt kannst du dich über den nächsten Kill freuen. Ich hab'n Kill. Ich hab'n Kill. Pass auf, Kellertreppe, ne? Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Alles gut. Zauber. Alles gut. Wollte nämlich gerade nachladen. Fünf gegen eins. Der haut die richtig auf. Einer noch. Vielleicht mal die Küche. Ballkiris. Die ist, da. Die kommt raus. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, ey. Zieh dir das jetzt rein. Aufzeichnen. Ey, die, die hätte den Dreier mit C4 gemacht. Weil ich dann gerade zu dritt vor der Tür. Und so wird man MVP, ne? Mit einer, mit einer guten Runde. Ich hab' noch vier Kills gemacht. Ich hab' noch vier Kills gemacht. Sieht so aus. Kammer. Und hast mich auch noch überholt. Das ist ne Sauerei. Kammer, ey. Boah, war das ne Scheißrunde, ey. Und ich bin wieder Golf, äh, wieder Gold 3. Golf? Hast du ein bisschen Golf? Golf? Ja, klar. Ich hab' kaum Punkte bekommen für die Runde. Doch, hab' ich doch. 105. Okay. Glaube ich. Die Runde ist scheiße, ey. Na, habt ihr genug für heute oder wollt ihr noch ne fünfte Runde machen? Ja, aber ich hab' genug für heute. Bei mir sah's irgendwie aus, wie wenn ich 10 Punkte dafür gekriegt habe, für diese Runde. Boah, meine Statistik ist bestimmt richtig ruiniert. Na, geht sogar noch. Dann jetzt noch ne Schild-und-Schrotzen-Runde. Ja, zu mir aus. Aber Rang bin ich für heute erst mal. Geilt. Ich fand die Map, das ging jetzt, also ich hab' jetzt, die Kills, das war ganz süß bei mir. Über den Durchschnitt. Ja, das war ganz süß bei mir, bis zur letzten Runde war's echt super bei mir. Ach, naja. Kannst ja nicht mal der Beste sehen. Davor die Runde war ich auch schon nicht so gut. Ne. Jetzt hab' ich wieder 2,3. Wenn die Sieg-Niederlage ist, dann noch umgeblüht. Ja, ich hab' jetzt 8 und 9 gewonnen. Na, Tommi, lernst du jetzt Mute spielen? Danke. Ja, ich hab' ja, nächstes Mal locker. Wenn wir anfangen, dann besuch' dich mit Mute. Ja, ich hab' wieder 2,0. Ja, ich hab' wieder 1,9, hey. Aber Kill Death ist natürlich geblieben bei so'ner Scheiß-Runde, hehehe. Boah. Oder sollen wir noch nen Shield-Wale machen? Muss ich jetzt echt noch nen Kasten ausgeben? Natürlich, das ist jetzt der dritte. Dankeschön, ja. Ja. Aber für jeden, ne? Hab' ich auch so verstanden, für jeden. Ja, ich auch. Na, kannst du bestimmt von VW absetzen, das Ding, die Kasten. Und nicht bloß, und nicht bloß so ne Öl-Wa-Kasten, das muss schon ne Richter werden. Bitte irgendwie nicht so ein Wisch, keine Ahnung was, sondern, äh, schön nen Bitburger-Kasten hier. Bitburger? Der, der teurer ist noch, ey. Ich will, ich will Krom-Macher. Ja, meine Kade ist ein bisschen besunken. Mach eu' irgendwann ne Schrotzen-Runde? Ich mach' Rekruten-Schrotzen-Runde. Ey, der K***er-K***er. Na komm, ich mach' die deutsche Schrotze. Mach' die... Aber dann erinnert mich das nächste Mal dran, wenn wir Rang spielen, dass ich... Sonst muss ich wieder zwei Kids mitmachen. Das müsstest du spätestens bei Locker, müsstest du das ja merken zum Aufwärmen. Boah, das ist cool. Boah, das nächste Mal gibt's kein Aufwärmen. Aber das nächste Mal ist ja erst in drei Wochen oder vier Wochen oder wie lang die EM geht. Drei. Glaub ich. Na gut, vielleicht ist ja Deutschland schnell raus. Es gibt, es gibt Pausen. Ja, zwischen Gruppenphase und K.O. spielen. Und dann immer zwischen den einzelnen Runden gibt's Pause. Ich glaub, bis es soweit ist, dauert's bis zum 28. oder sowas. Ey, Lukas, du guckst dir auch nicht Schweiz-Albanien an, ey. Ist das dein Ernst? Oder... Oder wie... Und der andere Bruder spielt bei Albanien. Ja. Chaka gegen Chaka ist das. Vor der Huren so, ne? Was denkt der Albaner sein? Ja, was denkst... Was denkst du Deutscher sein? Ja, einfach den... Tu's mal so, als wenn's dir nicht gefallen würde, dass wir deutsch sind. Warum spielen wir eigentlich... Äh... Warum... Warum spielen wir eigentlich heute nur Geisel? Alter, hat irgendwer vielleicht Things rausgenommen? Ich schon jetzt. Laufen wir auch raus? Oder machen wir nur Schrotze? Nur Schrotze? Aber dass wir letztes Jahr gewonnen haben, hätte ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Ich hab auch schon ein bisschen sch... Ich hab auch schon schwarz gesehen, muss ich sagen. Nach dem 2-0 dachte ich mir so, hey... Ich hab die mal Matchball verspürt. Bist du draußen? Stark, Tommy. Lass du dich sehen, Tommy, genauso. Ja, sperr mich aus. Franz, was sein denn das? Das war ich außerdem, der draußen ist. Ich bin grad so eisierig und rausgehüpft. Die sind hier übrigens auf der Sätel. Tommy ist aber auch draußen. Achso? Keine Ahnung. Schließ gerne mal den Geiselraum. Nö. Jetzt kann ich mehr rauchen. Sachen zu schließen ist für Verlierer. Ja. Ich hab noch eins ziemlich angefrackt. Ich hab noch eins ziemlich angefrackt. Der liegt am Boden. Ich hab noch was stehen. Ich kann nicht sagen, wenn er heilt. Ich kann nicht sagen, wenn er heilt. Ich kann nicht sagen, wenn er heilt. Ich bin nicht zu schlafen, Tommy. Ne, der andere ist schon tot. Ich hatte... ich hab den sch... Oh, hier gehts hier runter. Wow. Rechts? Ja, ja. Oh, wie war... der war doch... Der war doch rechts. Ja, das war aber nicht gerückt. Ja, ich crash! ja auch nur absolut planlos rum nicht rund wer stirbt denn da gerade am Mikro Serverraum also dieser Arbeitsraum genau da wo die da ist da wo die Falltür öffnet und oben wo du bist Plex da in der Ecke war das Info das klingelt dann immer so das klingelt dann immer so ich glaube die Typen sind so irritiert die hier die sind einfach stehen geblieben draußen wo muss ich eigentlich hin nach unten Vorsicht das die Action so da ist die Action oh da ist einer ich hab ihn gesehen er hat gerade bewegt würde ich sagen HAUSI ich komme NEIN Pass auf der passt gut auf stark Twitch liegt noch draußen hast du was zu sagen? ja gegen deinen Drive-By-Kill die war nice oder Sackles Sackles ihre Mutter oh 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 mal lange wenn ich ne Granate werfe sterb ich ja aber ja klar ich meinte ja auch keine Granaten gegen Passi jetzt hertz hanplevi della hi Cox ehm Blackbeard zählt aber nicht als Schild ich weiß ich äh aus sure ich rockier den so lange bis Fanze den nicht mehr nehmen kann die �ap-Blitz ist in Ordnung ja 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 Zeihauwand Du hättest aber jetzt echt gestaunt, wenn ich Blackbeard hätte, ne? Dann hätte ich gestaunt, ja. In der letzten Sekunde. Dann hättest du aber meinen Respekt bekommen. Ich wollte es schon einen Moment lang probieren. Sind auf jeden Fall nicht oben. Da sind wir, wo wir waren. Ah, Wechseln. Wo auch immer das ist. Unten auf jeden Fall. Unten rechts. Ja, unten rechts. Hier, da wo ich bin. Da, ich hab's jetzt gefunden. Ich hab's jetzt gefunden, Jungs. Hier, hier, da. Da steht auch oben rechts, der hat's gefunden. Wer hat's gefunden? Der hat's gefunden. Von Ricola. Boah. Boah. Die haben wir jetzt schon, äh, mit Pulse und Valkyrie haben die schon zwei Typen mit C4. Wer ist der fünfte? Ich bin C4, ich kann das Spiel ganz schnell wenden, Freunde. öbunu. Ja, mach. Ja, mach. Na und. Hier kann ich nur aufspringen. Ah, ich hab sogar was zum Sprengen. Ne? da ganz links steht einer habe ich gemerkt die draußen was machte die da rette mich ich wangst dass frost jetzt kommt aber pass die selbst mich jetzt auch da ist ja frost kommt ja ja ich sagte gerade, frost ist nebeneinander hast du ja da ist er nachladen ja der hat mich jetzt die ist noch immer da die ist noch immer da ein magazin ist dabei ja das beste wäre das cool gewesen wenn ich ihn geholt hätte die kommt durch hinter hinter der ente des pult der klui hab ich ganz einfach hier warum hab ich die denn nicht getroffen? ja passi valky ist im raum valky ist im raum nein valky ist vorbeigelaufen ihr kommt jetzt kommt jetzt Pulse auch noch 8 Schuss ne ja, valky kommt jetzt auch ja mit drohnen abwerfen zack Nein! Ganz stark. Wollen wir auf die Distanz mit der Schrotze, ne? Na gut, du warst da jetzt ungeschützten, aber guck mal, wie gefühlt alle Kugeln haben getroffen, ne? Schrotze. Ja, ja. So, dann jetzt vernünftig, wa? Vernünftig? Naja, aber nicht mit Schrotflinte. Ja, ich bin vernünftig. Ich spiele jetzt mit der Ranker-Schrotze. Ich hab drei Kills, was will ich mehr? Solange ich mehr Kills hab als Stefan ist er ungefähr. Ich glaub, bei mir hängt's. Spiel. Ja, du bist ja auch raus. Boah, endlich ist er weg, ey. Boah, endlich ist er weg, ey. Das ist schon mal ein paar Mal auf dem Kappel rückeln. Ich brauche mir eine Party, ne? Ja, ich hab gedacht, wir machen heute keine Smoke-Party. Oh, die Geis sind hier drin, oder? Ah, ihr Huren! Warum? Ich war das nicht. Ah, das war's ne Scheiße! Du bist Stefan! Sorry, sorry, ich werd Stefan holen. Ey, der hat uns doch mit Gasflögel gemacht. Ja, aber das ist ein Deutscher, der kann das. Die Swirgel ist doch nicht deutsch, die sind Brite. Ja, aber pass ihm. Daniel nicht. Daniel nicht. Nein, Daniel nicht. Daniel ist Gladbacher. Äh, nicht Daniel. Äh... Stefan. Hat's dir das gelohnt, dass MG jetzt extra für die zwei... Für die zwei Drohnen aufzubauen? Ja, dann triffst du die Drohnen wenigstens. Vielleicht sollst du mal ran, dann darfst du auch stehen. Ach, Lava, schieß. Gute Idee. Das ist so viel. Tschüschlaan. Boah, da sieht ich keiner. 90 Grad. Das ist aber gar 90 Grad. Ja, aber so gut wie. Und du hast keine Schotty. Wow. Was hab ich denn jetzt geholt? Boah, wenn du jetzt nen Kill holst, dann sagst du nie wieder was immer nen 90 Grad. Ja. Ja, ich hab nen Kill geholt. Also nie wieder 90 Grad. Was willst du? Was willst du? Ja. Der Sack ist gerade einfach von hinten. Ja, wo hast du mich denn mit deinem Schuss geholt, ey? Oh, ich bin jetzt da. Howdy. Yo. Yo. Oh. Ach, ne schnelle Runde, Tag Mania. Tag Mania. Tag Mania. Gut, ich bin dann auch weg, ne? Ich hab kein Schild zu einem mehr. Tschüss, ne? Ne, ich glaube nicht. Tschüss. Ich weiß nicht, wie wir runter hast. Für mich. Vielen Dank.